Dieses Video wird euch präsentiert von PKPro und Games Island. Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zur zweiten Battletome Review unserer zweiten Staffel von Warhammer Age of Sigmar. Und heute werden wir in den Sturm segeln. Wir werden quasi das Auge des Sturms herausreisen und euch die neuen Regeln der Stormcast Eternals präsentieren. Und mit mir dabei ist heute vom Team Stammtisch der Mann, der mit seiner donnernden Stimme dafür bekannt ist, dass er All-Out-Attack in beiden Phasen, sowohl in der Schussphase als auch in der Nachkampfphase, kostenlos verteilt. Er ist der Mann, der wie Thor auf dem Schlachtfeld erscheint und mit einem Donnerschlag seine Armeen aufbaut. Aber dann, wehe, es handelt sich um Blitzgeschwindigkeit, lieber so weit den Blitz reitet, so wie der Flash, dass er in der Zeit rückwärts läuft. Es ist David. Einen schönen guten Abend. Hallo, hallo. Und wir haben heute einen Gast dabei, der durch seine Präsenz bei allen Sachen, die Stormcast betroffen haben auf unserem Kanal tatsächlich auch schon, oder er war immer präsent, so. Und daher habt ihr ihn jetzt schon bei allen möglichen Stormcast-Publikationen, außer bei der lustlosen dritte Edition Battletome Review von Avi und mir, gehört. Es ist der liebe Toni. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wird Zeit, die Liebe zu den Stormcasts zu bringen. Voll. Aber diesen Mal haben sie es auch verdient. Der dritte Edition Battletome war echt langweilig. Das ist richtig. Ja, meine Herren, was trinken wir? Toni, fangen wir an. Cola mit Limette. Oh. Ja, edel, edel. Oh. Nice. Ja, oh. Kannst du da anknüpfen, David? Also ich habe das Gefühl, ich glaube, unsere Zuhörer werden langsam denken, ich fände Alkoholiker, aber Whisky-Cola. Die Zuhörer? Nee. Ja. Du bist einer von zweien hier im Stammtisch-Team, die das aufrechterhalten, weil Christian und du, ihr seid die Einzigen, die konsequent noch irgendwas Alkoholisches trinken. Der ganze Rest von uns ist abstinent geworden. Oder einfach senil. Manchmal ist das einfach... Wahrscheinlich senil. Aber ich muss ja irgendwie auch dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen meinem Ruf als Chaos-Krieger gerecht werde. Muss ja auch trinken. Ja, ich finde auch... Diese Chaos-Anleger. Ich finde auch, im Zweifel des Themas passt das ganz gut, weil... Also für das Thema muss ich sowieso trinken. Also wenn ich hier die Stormcours mir durchgelesen habe, dachte ich so, boah, er leckt nur am Arsch hier. Ja, die Blitzvikinger, ne? Also... Die Blitzvikinger, ja. Da gehört das schon dazu. Ich muss mich schon mal vordeln für das Elmwald-Festival nächstes Jahr. Elmwald-Festival? Wo ist denn das? Hier in Cottbus. Ach geil. Ja, Leute, da findet ihr David. Und wenn die ihn glühen... Wenn ihr ihn leuchten seht in der Nacht, weil er so vorgeglüht hat, dann könnt ihr ihm mal Hallo sagen. Aber im Cosplay. Mal gucken, ob er mich erkennt. Ah. Und was denkst du denn? Ja, ich habe eine... Ich habe heute an Avi denken müssen, als ich Getränke kaufen war. Und ich habe mir von Mio Mio die Cola Orange mitgebracht. Ich habe eben schon mal dran genippt. Und ich muss sagen, die ist ja fantastisch. Also im ersten Moment hätte ich gedacht, dass du sagst, du hast hier eine Schlipschapp geholt. Nee. Nee, 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 nee. Und ich auch keine Petit-Platsch-Fastbrause. Aber von Mio Mio die Cola Orange und die ist ja super lecker. Ja, die kann was. Sehr gut. Noch nie... Ja, guck mal, David, dann hast du schon was verpasst. Sprich mal Avi an, der soll dir die mitbringen. Ja, der kommt ja am 22. rum. Siehste? Der kanalisiert dann dieses Getränk für dich, dass du es live im Battle Report vorstellen kannst. Ja, sehr gut. Apropos Live-Vorstellung. Wir sind nicht live, aber ich sage das jetzt einfach so. Wir steigen ein in den neuen Battleturm der Stormcast Eternals. Und es gibt einen kleinen Disclaimer vorweg, weil wir wieder die Kommentare in den Kommentaren hatten. Ähm, das Buch ist relativ ähnlich zum Index. Das muss man hier ganz dick sagen. Ist es so ähnlich zum Index wie der Skaven-Battleturm? Nein. Das kann ich hier an der Stelle schon mal sagen. Und die zweite Sache ist die, wir werden heute ausschließlich das Buch vorstellen. Wir werden keine Listen präsentieren und wir werden auch noch keine, ähm, stark kompetitiven Einblicke in das Buch geben. Das hat den Hintergrund, dass wir natürlich sowas nur machen wollen, wenn wir die Fraktion auch schon gespielt haben. Ähm, Spoiler Alert, ich habe es schon gespielt mit diesem Battleturm und war etwas verliebt. Aber das kommt dann in unserem Deep Dive, den wir voraussichtlich nächste oder spätestens übernächste Woche aufnehmen werden. Genau. Bevor wieder Fragen entstehen. Ich wette mal, etwas verliebt war wahrscheinlich auch etwas untertrieben. Schon. Die Hose war offen. Ich sag's, wie's ist. Ja. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja, ja, voll. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, springen wir mal in die Fraktionsregeln und, äh, ja. Ich würde sagen, unser Gast fängt an. Welche, oder stell mal, such dir ein paar der Battletrades aus, also entweder das eine Paar oder eins von den anderen beiden, was dir am besten gefällt und was die Stormcast Eternals immer mitbringen. Ähm, immer mitbringen, ja. Das ist halt unser Klassisches. Wir können überall und irgends hinkommen, wie wir wollen. Ähm, finde ich es auch immer super, um Leute einfach unter Druck zu setzen in den Spielen, die ich bis jetzt hatte. Einfach, dass wir die Sachen aufstellen können. Für jede Einheit, die wir ausfällt, spielen, dürfen wir auch einen in den Himmel setzen, in die Reserve. Und dürfen sie in unserer Bewegungsphase wieder runterkommen lassen. Ähm, bis zur dritten Bewegungsphase, äh, bis zur Bewegungsphase, genau. Bis zur dritten Runde können wir das hermachen und die einfach da oben stehen lassen, was ganz lustig ist. Ähm, genau. Ich finde, ich ist mit einer einfach der Kernpunkte für mich, für die Armee und es gibt ja auch mittlerweile jetzt dann ein schönes neues Regiment, was noch mehr Möglichkeiten öffnet. Aber was ich interessant daran finde, ist, dass ja da im Wording richtig steht, dass du, ähm, das nur machen kannst, wenn du mehr auf dem Feld zu stehen hast, als du noch in der, ähm, in der Reserve hast. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich stelle eine hin und stelle eine in den Himmel auf, sondern kannst du nur sagen, wenn du jetzt, sagen wir mal, schon vier auf dem Feld zu stehen hast und nur drei in der Reserve, dann kannst du eine in die Reserve aufstellen, ne? Genau, das ist, glaube ich, auch schon anders, das Wording zum Index. Ja, das haben wir gemacht. Genau, ja gut, dann wenn du es weißt, ist gut, weil, äh, ich konnte es jetzt nicht mehr überprüfen, weil die App ja schon geupdatet ist. Äh, warte mal, gib mal zwei Sekunden. Ich habe hier noch die Wallscroll-Cards irgendwo hin. Ah, guck mal, der Mann ist vorbereitet. Wenigstens einer hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wenigstens einer. Ähm, ja, ist eine supergeile Fähigkeit, meiner Meinung nach, und das ist die Fähigkeit, die Space Marines seit Jahren kriegen müssten, weil das ist Schockesold für mich und dieser Spielstil macht unfassbar Spaß, muss ich wirklich sagen. Widerlich. Ja, kann man so sehen. Hast du es gemacht? Ja. So, warte, lass mich mal kurz gucken, hier, Morph and Desert, oder Battlefield. Ja. Sehr aufgeschöpft, denn das ist die doch schön. Ich meine, sie haben es, ich habe ja leider nur die deutschen Karten hier. Ja. Ich meine nämlich auch, mich zu erinnern, dass es nämlich bisher so war, dass du keine Limitierung hattest, wie bei den Skaven. Die Skaven dürfen ja mit einem Modell auf der Platte starten. Limitierung hattest du schon. Nee, aber eine Limitierung hattest du immer, du konntest immer, du konntest immer eins hinstellen, eins in den Himmel setzen. Ah, okay. Und jetzt wird nach Regiment geguckt quasi. Also du hast einen Drop gestellt, da sind vier, also kannst du theoretisch vier in den Himmel stellen. Nee, drei nur, weil du musst mehr. Ah ja, genau, du musst mehr auf dem Feld, ja. Also genau. Mhm, mhm, mhm. Also das finde ich schon nicht schlecht, weil das heißt, wenn der Gegner daran nicht denkt und man selber die Regel kennt, dann kannst du sagen, oh, Mensch, tut mir leid. Da steht jetzt drei auf dem Feld, du hast doch vier in Reserve. Ups, einer ist tot. Ja, das wär's. Aber das ist schon dreckig. Das ist schon dreckig. Du siehst so dunkle Wolken, und in Bela Court hat sich einige snackt, weißt du. Ja, mach mal weiter. Tony meinst du oder ich? Nee, Ju, Tony hat ja schon. Achso, mach mal weiter, sagst du einfach. Dann nehme ich The Finest Hour. Das ist, weil ich weiß, noch genauso wie vorher auch. Machst du in der Once per Turn pro Armee, in deiner Heldenphase, und dann suchst du dir halt eine Stormcast Eternals Einheit aus, die diese Fähigkeit noch nicht genutzt hat. Und die kriegt dann für den Rest des Turns eins zu Wundwürfen und eins zu Safe-Würfen. Ja. Finde ich super stark. Also gefällt mir die richtig gut. Also einfach mal so sagen, ja, okay, die haben jetzt plus eins zu Wund, plus eins zu Safe. Kannst du unglaublich viel mit anfangen. Ja, gerade in Verbindung mit Unterfraktionen teilweise oder sowas, ist das schon ziemlich cool. Ja, zum Beispiel, wenn du bedenkst, wir haben im Prinzip durch die ganze Armee weg, habe ich einen Dreierrüster. Ja. Ich kann dem irgendwas Böses in die Fresse stellen und sagen, ja, jetzt habe ich einen Zweier. Halt mich auf. Ja, genau. Wo, also die Fähigkeit, die gab es ja in der dritten Edition noch für alle. Ähm, das war eine Hero-Action. Tja, das hat sich jetzt erledigt, das haben nur noch Stormcasts und ich habe auch festgestellt, auf bestimmten Einheiten, das ist so ein Force-Multiplayer-Line, die ist plus eins zu Wund. Und dadurch, ja, du hast es ja eben schon gesagt, dadurch, dass die ganze Armee einen Dreier-Safe hat, Ei. Genau, ei, ei, ei. Ich habe immer einen Spaß gemacht mit denen, weil du kannst das ja auf jede Einheit sprechen, muss ja nicht mal mein Held sein. Richtig. Wenn du einen verstärkten Trupp, mit dem du ein Schild an deinen Leertoren hast, die haben eben einen Zweier-Safe. Ja. Da kugelt sich keiner mehr durch die Dinger, wenn die noch Sternstunde drauf haben. Also außer der wirft mit Tödlichen in Massen um sich, ja, okay, aber das ist so selten. Ja. Das ist wirklich so, habe ich auch schon gemacht, ja. Ja, das Letzte, und das finde ich fast die stärkste Fähigkeit, wenn ich ehrlich bin, äh, ist, äh, Heaven's Sand, das heißt, das kostet ein CP. Okay, das dürfen wir einmal pro Spiel machen in unserer Bewegungsphase, da wählen wir eine befreundete, nicht, ähm, unique, also keine einzigartige Stormcast Eternals-Infanterie- oder Kavalerie-Einheit, die, äh, zum Start der Schlacht mit zwei oder mehr Modellen auf dem Feld gestanden hat, und wir dürfen eine, äh, Replacement-Unit hinstellen mit der Hälfte der Modelle, die zum Start des Spiels drin waren, also mindestens eins. Sehr, 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 sehr stark. Gerade bei bestimmten Einheiten, also, wir kommen da ja noch zu, so wahnsinnig viele Hammer-Units haben wir gar nicht, so viel, viel unterschiedliche. Aber alleine, dass wir eine davon zur Hälfte wieder hinstellen können, ähm, ist unfassbar gut. Also, wenn der Gegner das nicht weiß, und der hat deine Hammer-Unit wirklich blutig vom Feld geholt, und du gibst ein CP auseinander in der nächsten Runde, sie stehen wieder vor ihm, ist ein geiles Gefühl. Ist so ein bisschen Robbenplatschen. Es ist sehr verfriedigend. Ja, ist es. Ist es, ja. Und als Gegner ist es einfach unglaublich nervig, das ist halt genau das Gleiche wie mit diesen blöden Trollen. Bist du ja nicht froh, dass du in dieser heftigen Einheit los bist und auf einmal, ja, hallo, hier bin's. Ja, die dürfen ja auch noch jeden Trupp wiederholen, das haben Stormcast wenigstens nicht. Ja. Ähm, aber wie du schon sagtest eben, Toni, zum Beispiel, mit den Annihilators mit Schild, die haben ein Zweier-Safe, du hast dich mühsam durch 18 Lebenspunkte mit einem Zweier- oder Einser- oder Nuller-Safe gekaut, zack, stehen wieder nochmal neun Lebenspunkte da. Eben. Super. Also, was ich, wo ich's ganz gerne mache, sind Fulminator. Ich hab immer da, das ist jetzt sehr viel immer die Vierer-Trop-Fulminator gespielt. Mhm. Die rennen irgendwo rein, ich hoffe, die die reingetönt, irgendwas Großes, dann ist der Gegner große, endlich irgendwann mal Tod zu haben und dann drei Runden später, ach ja, stimmt, und ich hab den Command noch nicht verwendet. Guck mal, hier sind wieder zwei. Ja, ja, genau. Das ist auch nur ne prädestinierte Einheit dafür, ja. Die muss ich nämlich auch denken, grad die Fulminator, die sind so ekelhaft, wie gut die sind und dafür verleichtsweise echt nicht teuer. Äh, und dann kommen die einfach auch noch wieder. Sind die nicht sogar billiger geworden? Ja. Ja, ne? Nee, das sind die einen, die sie nicht angefasst haben. Ah, ja. Aber trotzdem, wie sind die 240 Punkte für zwei? Ich glaub, 240 oder 230 irgendwie so in dem Dreh. Ja, das ist schon okay, ja. Das ist mehr als okay, also. Und dafür, dass ich im Prinzip somit mit ner Witzespieler in der Regel, die mich 2200 irgendwas Punkte aufs Feld stellen lässt, mehr oder minder. Mhm. Genau. Ist schon voll okay. Ja. Ja. Okay, das waren die Battle Trades. Die sind relativ ehrlich hier in diesem Buch. Ähm, aber ja, alle davon sehr gut. Ähm, lassen sich alle sehen. Es gibt ja auch so ein paar Fraktionen, äh, slanisch, mit schwachsinnigen, äh, Battle Trades. Da gehören Stormcast definitiv nicht dazu. Und, ähm, ja, ich würd mal sagen, wir gucken uns mal die Battle Formations an, denn da haben sich tatsächlich zwei geändert. Ah, guck mal. Ich würd, ich würd vorher noch kurz für die Battle Trades jetzt reinwerfen wollen. Bitte. Ähm, und zwar, wir haben jetzt, also mehr oder minder kriegen wir durch, hast du kleine Subfactions ja jetzt wieder freigeschalten. Mhm. Ähm, und es gibt eine, die ist zwar super limitiert in der Aufstellung, die, oh, First Baron oder so, warte, jetzt muss ich kurz in meine Armee-Liste reingucken, wie die hieß. Die Army of Renown, meinst du? Ja. Ja. Heroes of the First Forge, so rum. Die zwingt dich zwar, äh, Bastian mitzunehmen und ist sonst auch super limitiert. Also du kannst nur Anerlator, Praetoren und ein paar Helden mitnehmen, klar, nicht super viel. Aber den Bonus, den du das, den gibt, find ich, ist super böse. Also du kannst einmal pro, ähm, Turn Army-Wide in deinem Movement Phase, solange Bastian schon auf dem Feld war, halt sagen, okay, ich hole jetzt irgendwas, was ich in der Reserve sitzen hab, runter. Das muss aber 6 Zoll vollständig, ob Bastian rumsteht und 3 Zoll entfernt von Gegnern. Mhm. Und wenn du da so, Anerlator nimmst, die runterkommen ja schon beim Aufprall 10 Zoll-Bubble für Tödliche haben. Aber tatsächlich auch nur dabei, ne? Also die verlieren sonst die Fähigkeit auf jeden Fall. Das wird nicht ausgelöst. Ganz genau, das ist das Problem. Also du kannst die Aufprall-Mortals nur noch durch Bastian auslösen in der Formation. Genau, weil das Wording ist anders. Ach so, ja, ja. Das heißt, du hast wirklich noch dieses Bastian-Aufprall-Tödliche, aber nicht mehr ihre eigene. Mhm. Du meinst, wenn sie runterkommen, oder was? Genau. Ja, ja. Ähm, aber dazu noch ein Kombi mit dem, dass du, wenn du, wenn dein Charge hoch genug ist, äh, das Punch-Ru, dass du einmal pro Zug einfach mit deiner Armee durch, Gegner durchchargen darfst. Ja, das ist cool. Ja. Also das kann ich, die anderen beiden, äh, Armee-Sort-Ru, finde ich jetzt gar nicht so krass. Nee. Aber die finde ich interessant. Über die sprechen wir zum Schluss eh nochmal kurz. Ähm, ja, es ist im Prinzip wie bei Inscaven, ne? Eine Meme-Liste, eine Müll und zwei Regimenter. Ähm, aber, äh, ja. Battle Formations. Ähm, Toni, welche gefällt, oder such dir eine aus davon und dann können wir kurz drüber sprechen. Ich, ich bleib einfach beim Klassiker, den ich bis jetzt mal gespielt hab, äh, Lightning Echelon. Mhm. Hat sich auch nix geändert, wähl eine freundliche Extremis-Chamber, eine, die gechargt hat auf die drei plus, bekommt so First Strike bis zum Ende des Zuges. Ja. Klassiker. Fulminator, super geklappt. Ähm, Never Change Running System. War für mich bis jetzt auch in der Regel die Formation, die ich am meisten gespielt hab. Also ich, ich weigere mich bis heute, äh, die Vanguard Raptor zu spielen. Ähm, weil ich da doch nicht so auf, äh, Meta-Hurre ging. Ah, Entschuldigung. Da war der Pikunde. Entschuldigung. 16 Minuten. Das ist schön. Ja genau, das ist halt einfach für mich die so klassisch am besten ist. Auch bis jetzt mich irgendwie nie enttäuscht hat. Sieht man in letzter Zeit tatsächlich auch häufiger, selbst mit dem Index noch. Also ich erinnere jetzt, oder ich mach mal darauf aufmerksam, dass beim Ones Wargame jetzt im letzten Stat Center eine Double Dragon und Shooty-Liste drin war. Die war tatsächlich sehr, sehr interessant. Das war Karazai, Kondis, vier von den also eine Einheit, vier von den Stormdrake-Guard und dann zweimal sechs von den Longstrike Crossbows und die haben einfach alles erschossen oder alles im Nachkampf zerstört. Das war auch eine Lightning-Ecklen Formation. Ja, es ist halt dieses First Strike, also das eine Stormdrake-Guard und vier von First Strikes und da willst du nicht abkriegen. Ja, super. Also vor allem, du hast wenig Modelle, alles sieht geil aus, weil es alles neue Modelle sind. Ne, das stimmt nicht. Die Longstrikes sehen doof aus, aber der Rest ist geil. Finde ich super. Ja. David. Ja, nehm ich Synchronized Strikes Und zwar kriegst du plus eins zu Hit-Rolls für Combat-Attacks von befreundeten Warrior-Chamber-Einheiten, während sie sich vollständig in der von 12 Zoll von irgendwelchen befreundeten Nicht-Helden, Nicht-Biest-Dawn-Conditonis-Einheiten befinden, die nicht das Warrior-Chamber-Keyword haben. Mhm. Ich muss zugeben, ich hab jetzt nicht geguckt, wer es alles Warrior-Chamber hat und wer nicht. Fast alles. Aber mir war so, als wenn, ich glaub, Griffhounds oder irgendwelche und die Vögel haben, glaub ich, nicht Warrior-Chamber, ne? Ne, genau. Aber die sind Biest, die sind Biest. Genau, das ist das Problem. Genau, das ist das Problem. Das ist so schade. Also so grundsätzlich fand ich aber Klanglis sehr gut. Also ich denk mal, da kann man ein Stück was Schönes machen und einfach plus eins zu Hit, solange die sich vollständig von 12 befinden, spricht meinen defensiven Spielstil sehr gut an, weil, klar, wenn die dann chargen und außerhalb der Hit, der Bubble-Sit ist doof, aber wenn ich gecharged werde, dann hab ich halt trotzdem plus eins zu Hit und das find ich schon ziemlich cool. Tatsächlich spiele ich das komplett, also Thunderhead Host ist die Formation, spiele ich das ultra-aggressiv damit, weil du hast drei Units, die ich persönlich in jeder Liste drin habe und das sind die Black Talents und das sind drei Units und du kannst quasi drei Bubbles bauen, wo du deinen plus eins zu Hit kriegst. Krass. Weil die, nee, das stimmt nicht, zwei Units, Entschuldigung, weil die Black Talents als Einheit sind nämlich kein Hero, nur Nief ist der Held. Okay. Die gibt das nicht, aber die springt sowieso immer hin und her, da sprechen wir gleich noch drüber. Genau, dann haben wir den Vanguard Wing, den spiele ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Ganz kurz, wenn ich da gut drin habe. Ja, ja, ja. Aber du hast doch nur die normalen Loots, die quasi mit Nief rumrennen. Und Lorei. Ah ne, die ist auch ein Held, ne? Die ist ein Held und die ist auch kein Stormcast. Stimmt, aber die Companions zumindest. Genau, die Companions, die bringen dir das ja, die haben ja Vanguard. Ja, stimmt. Und die Longstrike Crossbows sind ja auch Vanguards. Ja, ja, ja. Genau. Also man hat so oder so die Bubbles dabei, aber die Nief Black Talents sehe ich in Zukunft fast in jeder Liste, weil die auch noch billiger geworden sind. Ja, was nicht, ne? Ja, genau. Aber bin ich auf jeden Fall bei dir. Danke für den Einwand. Stimmt. Ja, genau, Vanguard Wing. Das sind die ganzen Vanguard-Dudes, wer hätte das gedacht. Die haben die Fähigkeit, dass man in Once per Turn, also eine Einheit, in unserer eigenen Movement Phase, die eine, also da wählen wir eine Vanguard-Chamber-Einheit aus, die noch nicht die Core-Ability-Move benutzt hat und nicht im Nahkampf ist und auf den 3+, dürfen wir diese Einheit vom Feld entfernen und sie irgendwo wieder hinstellen, mehr als 9-Zoll entfernt vom Gegner. Was sie jetzt hier noch nicht drin haben, das ist aber schon Day-One-FAQ'd worden, wenn das nicht gelingt, diese 3+, dann dürfen wir selbstverständlich trotzdem die Move-Ability benutzen, aber wir müssen uns halt normal bewegen. Ah, gut, dass sie es gleich einfach gut haben. Ja, ja, genau. Das wäre, ja, ich sehe das schon, dieses, ja, kannst du es ja nicht bewegen. Ja, ja, genau, sie haben es direkt einfach gut zum Glück, weil das war auch, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, äh? Sind da so diese Leute, mh, wollen wir es nochmal missen? Mhm, genau. Mhm. Ja. Ja, dann, Toni, möchtest du die letzte noch machen? Ähm, ja, warum nicht? Das ist die liebe gute Sandals of the Bleak Citadel, die ich mir jetzt auch vorgabe, wieder mehr zu spielen, jetzt mit dem neuen Modell, die bald ankommen. Ähm, man kann eine freundliche, also befreundete Ruination-Shamper-Einheit wählen und die bekommt einfach einen 5er Ward bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ja, finde ich eigentlich ganz cool, ne? Also einfach mal so, hm, 5er Ward? Ja, zumal, die haben ja trotzdem noch ihre Resistenzwürfe, solange sie Memorians mitlaufen haben und den ganzen anderen Telenigans und dann kannst du schon nur so eine versteckte Ein-Einheit-Reklusions zum Beispiel so, ja, zumal sie noch einen 5er Ward, obwohl sie dem Gesicht stehen. Mhm. Ja. Ja, so viel zum Battle-Formations. Wie gesagt, da haben sich zwei geändert, nämlich einmal der Vanguard-Wing durch das FHQ und einmal der, äh, äh, der Thunderhead-Host, weil sie nämlich die Beasts vorher nicht mit drin hatten. Da haben die Leute nämlich dann pfiffigerweise diese Ether-Wings genommen. Ich glaub, die haben 50 Punkte gekostet äh, und haben die ein bisschen breit und, ja, oder? Ja, die waren, ich glaub, Gryffons, also Gryffons waren auf alle Fälle auch super oft dafür. Genau, ähm, das geht jetzt nicht mehr, das ist ja auch sinnvoll irgendwo, weil, nur weil du neben deinem Fifi stehst, triffst du auf einmal besser. Natürlich, du bist angespornt. Da denkst du, Mensch, Lassi, was? Er ist im Brunnen gefallen, lass dich, danke, und dann schießt du da rein, weil der kleine Timmy im Brunnen gefallen ist. Ich wollt grad sagen, also, to be fair, der Lord-Hemperant hat ein Hühnchen, den man sich bekommt, derzeit einen Retter, ne? Ja, stimmt, ja. Also, siehst du, also, ich meine, diese kleinen Gryffons, die können schon sehr überzeugend sein. Ja, ein richtiger Feini. Ja, genau. Und bist du, good boy. Ich war echt kurz am überlegen, ich war ja im Warmer World vor kurzem, und die haben ja die ganzen Plushies da, und ich hab mir jetzt die Purpose dann mitgenommen, ich war echt am überlegen, ob ich noch den Sassy Nurgling, den Gryffound, und, äh, was warst du noch? Äh, den Squick? Ach, äh, den Squick, genau, ob ich die mitnehme. Aber, äh, Madeleine hat jetzt den Squick gepostet, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Also, das ist schon, äh, als Stormcast-Haushalt, ich hab zwei von diesen Püsch-Gryffounds hier stehen. Die sind super. Ja. Herr Schade. Aber die, die Purpose dann auch. Der, der, der Sassy Nurgling, der ist ja erst schon cool, den müssen wir eigentlich auch noch zugeben. Das Sassy Nurgling ist großartig. Die haben den, ist mega off-topic, aber die haben den, äh, im Foyer im Wormerworld stehen und der ist einfach zwei Meter groß. Hm, der ist wirklich Sassy. Und es gibt, es gibt, äh, für Kinder so einen Bogen mit Aufgaben, für, wenn sie den Tag da sind und es gibt einfach, mach ein Selfie mit dem Nurgling. Großartig. Da stehen, stehen die Eltern mit ihren kleinen, mit ihren kleinen Steppkistern und die stehen da neben diesem riesigen Nurgling aus, aus Plüsch. Großartig. Ja, was auch großartig ist, sind die Heroic Traits. Wobei, wie großartig die sind, kann man drüber, kann man drüber diskutieren. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen. Und zwar, was ich bisher ausschließlich gespielt habe, muss ich zugeben, ist Envoy of the Heavens. Hm. Ähm, das dürfen wir in unserer Heldenphase auslösen. Und zwar, wenn eine befreundete Stormcast Eternals Einheit in dem vorherigen Zug gestorben ist, wählen wir eine befreundete, sichtbare Stormcast Eternals Einheit vollständig innerhalb von 12 Zoll um den Helden und die bekommt ein Ward von 5 plus bis zum Start unseres nächsten Zuges. Das ist in der Hinsicht interessant, dass wenn der Gegner halt ein Double Turn nimmt oder wie ihm den geben, dann behält sie das noch. Das ist ganz cool. Und irgendwann stirbt was von uns. Irgendwann stirbt was von uns. Insofern nimmst du irgendwie einen 5er-Druck-Tropedistin irgendwo rein. Genau. Ähm. Du machst einen 5er Ward an für deine Annihilators, die irgendwo auf dem Punkt Eier schaukeln. Zum Beispiel. Super. Also ich meine, meine letzten Listen hätten immer maßen an Windektoren und haben die den immer bekommen. Die sind auch gut dafür, ja. Ja. Ähm. Ja, wenn ich mal frecherweise weitermache mit dem, was ich sage, also was, ich denke so, ja, ist okay, aber würde ich nie einpacken. Ja, mach mal. Äh, Storch Defender. Sogar diese Einheiten Objective Contest bekommen plus 3 für die other Stormcast, die das da contesten. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt nichts anderes habe, okay, aber soll ich Endway or 5 zur Verfügung haben, würde ich das auch immer nehmen. Genau das, ne? Oder siehst du das anders, David? Weil du hast eben so getan wie, oh, 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 ah. Nee, nee, nee. Ähm, ich war erstaunt, dass er das jetzt genommen hat. Ich dachte schon, ich kriege jetzt den Schmutz ab zum Schluss. Nee, ich habe mich aufgeauft. Das ist sehr freundlich. Du bist selbstlos. Ja, aber. Stalker-Spieler heißt. Ja, Entschuldigung. Dann bleibt ja nur noch Shock and Awe. Jedes Mal, wenn diese Einheit durch die Skience of the Storm Ability aufgestellt wurde, kriegt die für den Rest der Battle-Round-Send zu hit gegen sie. Und außerdem, wenn befreundet Stormcast-Einheiten innerhalb von 12 Zoll von dieser Einheit aufgestellt wurden durch Science of the Storm, kriegen die auch für den Rest der Battle-Round-Send zu hit. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich musste auch sehr überlegen zwischen Envoy of the Heavens und dem, weil gerade jetzt, oder gut, jetzt nicht mehr, mit einer Shooting-Liste von Lumineth wäre das gar nicht so schlecht gewesen, aber die sind jetzt tot. Also von daher könnt ihr eure Chocobos alle wieder in den Stall packen. Gott, bin ich ja froh drüber, dass die Dumineth nicht mehr so sind. Ja, also finde ich immer noch gut. Also je nachdem, was jetzt noch Meta wird, gegen Zinsch bringt das nicht so viel, aber ja, also ne, wenn wir jetzt demnächst irgendwie Slaves to Darkness haben, die auf einmal eine Turbo-DPS fahren, wenn die irgendwas machen, ich gehe da fest davon aus, dass man die irgendwie ein schlechter Treffen lässt, ist auch nicht so schlecht, wenn die irgendwo runter schocken, die Einheiten. Aber Envoy of the Heavens ist halt das Ding, wir haben kaum eine Bedingung, die wir erfüllen müssen dafür, weil hier erst mit dem Deep Strike, da muss der Gegner rankommen, ansonsten ist das verschenkt, bla bla bla. Envoy of the Heavens ist da ein bisschen allgemeiner gehalten, deswegen bin ich da bei Toni, dass ich das immer noch alternativlos finde. Ja. Aber mit dem kleinen Knackpunkt, es kann sich ändern, je nachdem, was für einen Meta wir kriegen. Wenn BGW auf einmal richtig ausrastet und Caradon gut macht, dann würde ich, glaube ich, wechseln. Weiß ich tatsächlich nicht. Weil ja, Minus 1 auf Fitra, das ist negativ, natürlich wie gut die Leute treffen, du kannst damit eine andere Technikieren, ja. Aber ein Film Award, ich meine, die Songkasten haben durchweg einen guten Rüster. Ja. In der Regel, was setzt sich in den Himmel? Okay, entweder irgendwas, was ich nur zum Scorn haben will, das kann in der Ecke stehen, dass es mir egal obstürbt. Wenn, dann habe ich es für Envoy of Heaven gleich wieder was erfüllt, jahu. Oder ich habe eh die harten Hammer, die rein und, also heranschocken sollen und dann gleich reinrennen. Ich habe die harten Hammer, ey, um Gottes willen. Ja, ich glaube, ich habe ganz viele harte Hammer, wenn das bei mir dann kommt. Das Songkast ist halt wirklich für Teenager gemacht, ey, du kommst aus dem Kicher nicht mehr raus. Ja. Ähm, ja, das waren unsere Heroic Traits, drei Stück. Ähm, genau wie bei Skaven haben wir keinen dazugekriegt, das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nichtsdestotrotz sind die ganz okay, die von Skaven haben mir besser gefallen. Ähm, aber wir haben zumindest was, was wir immer mitnehmen können, was auch so eine Eiswerkwaffe ist, das ist schon ganz in Ordnung. Definitiv. Ja. Ja. Genau. Dann, die Artefakte, auch da ist es bei mir so ähnlich. Ähm, da haben wir meiner Meinung nach richtig cool das Mirror Shield, das ist das, was ich bisher immer mit hatte und auf irgendeinem kleinen Magier oder so hatte. Ähm, das macht einfach stumpf, dass diese Einheit nicht als Ziel von Shooting Attacks, also gegen Fernkampfattacken als Ziel gewählt werden kann. Äh, es sei denn, die feindliche Einheit ist, äh, innerhalb von 9 Zoll. Mein Gott. Ja, also das wäre auch das, was ich als am ehesten wählen würde. Ich muss sagen, für mich ist das tatsächlich Palaz 2. Oh, das ist das. Für mich ist das super situativ, wenn ich jetzt ein Star Trek spiele oder irgendwas Großes, ja, dann ist für mich auch Mirage, dass der mir nicht sofort weggeschossen wird. Aber bei so kleinen Hilden stellst du in die Infanterie, okay, außer wir spielen jetzt gegen Skaven oder gegen andere Stormcasts, hab ich da recht wenig Angst vor. Ähm, ich bin tatsächlich eher bei der Quicksilver Draft. Oh, interessant, okay. Ähm, weil wir haben ja den Lord Celestine, den Lord Terminus und den, oh, wie heißt er, auch aus der Skavenbox, der äh, 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 Ähm, die haben ja alle die schöne Fähigkeit, hey, wenn ich gekämpft hab und in meiner Nähe, ich glaub Combat Range ist das tatsächlich, ähm, eine Unit mit hier Keyword X einfügen, jeder hat ein anderes, dürfen die auch sofort kämpfen. Ja, ich halte es schon so, hm? Ja, nur nicht bei Strike First, das wurde schon geregelt, dass Strike First ein eigener Attack Step ist und wenn du das auf den geben würdest und du würdest eine Einheit mit aktivieren, dann aktivierst du den Helden und die andere Einheit kriegt aber keinen Strike First, die muss dann als erstes aktivieren in der nächsten, in den nächsten Step, das heißt, wenn der Gegner auch einen Strike First hat, kann er zwischenzeitlich intervenieren, dazwischen. Aber meinten... Nee, warte, ich guck mal nach... Nee, das haben sie anders geworden. Haben sie sich wieder geändert? Du kannst, also ich hatte das auch so in den Kopf, wie der Tonin es grad meinte, dass sie nämlich gesagt haben, wenn du Strike First hast... du kannst sofort wählen. Und die haben sogar, wenn noch irgendwo reingeschrieben, ich glaub auch in dem FAQ war das oder so, dass sie dann gesagt haben, ja, du wählst den mit Strike First, danach kannst du sofort einen anderen auswählen und dann kannst du noch mal einen auswählen im normalen Dingens. Ah, dann haben sie das tatsächlich angepasst. Interessant. Weil das, deswegen, das war für mich mal so ein, ja, okay, ist nett, aber dieses Subfacing ist eben ein bisschen doof geregelt. Aber wenn sie das jetzt angepasst haben, ist das tatsächlich sehr, sehr gut. Bin ich bei dir, ja. Dann würde ich wahrscheinlich auch das nehmen. Also das ist relativ. Ja. Wenn ich jetzt genau diese drei Helden zum Beispiel nicht spiel würde, dann bringt es ja auch recht wenig. Ja, ich weiß nicht, hier der Dude auf dem Drachen, ähm, der, wie heißt der gleich, der Knight Draconis, Ja. Wenn der mit, wenn der mit den Drachen reinrauscht? Das ist schon ganz cool. Weil ich meine, der Knight Draconis, ich guck grad mal rein, äh, der Knight Draconis aktiviert nämlich auch die Drachen mit, wenn ich mich erinnere, richtig erinnere. Äh, oh Gott, ich muss mich an die neuen Voskorts gewöhnen. Äh. Ja, das ist super, super schwierig, diese Ungewöhnung. Schrecklich. Soll ich's mal kurz vorlesen? Ich hab's grad gefunden. Bitte? Ja. Da ist er. Also, if you are the active player, the unit that has strike first would fight first, when you could use the ability to allow another friendly unit to fight immediately after it, and then you would pick the next unit to fight. An example, three friendly units would fight back to back. Ah, ja. If you are the active player, the unit that has strike first would fight first, you could still use the ability to allow another friendly unit to fight, and then your opponent would pick the next unit to fight. Also, wenn du halt der aktive Spieler bist, kannst du drei Einheiten somit aktivieren. Ähm, und wenn du der, 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 der nicht aktive Spieler bist, dann kannst du halt zwei aktivieren und dann ist der Gegenwart dann. Mhm. Das ist schon ziemlich stark, ne? Also, Ja, das muss ich auch sein. Ich hab grad den Knight Draconis gefunden, der hat das tatsächlich nicht. Nee, der hat's nicht, ja. Ja. Dann weiß ich nicht, weil die drei Modelle, die, die kleinen Helden, die find ich tatsächlich alle Müll. Persönlich. Also, ich muss sagen, ich hab die Erfahrung gemacht, der Knight Questor, wenn du die Kombi spielst mit den Souls 1 noch dazu, die setzt du auch, also du wählst ja für beide einen Punkt, äh, mit ihrer Fähigkeit, dass sie den Retter und alles kriegen, portest du da hin und dann will sich keiner mehr mit den anderen Regeln anlegen. Allein diesen Punkt, der, der ist für den Gegner abgeschrieben in der Regel. Kann er mal nur sagen, ne? Mit den, die ich bis jetzt auch spielen durfte, was ich alles gesehen hab. Mhm. Ähm, und wenn du mit denen zusammen irgendwo reingehst und halt einfach zwei Leute Fight First kriegen, ist das schon sehr eklig, weil die Souls 1 hauen ja auch nicht gerade wenig zu. Ne, die sind ja auch nochmal besser geworden, jetzt mit dem neuen Battleturm, ne? Ja. Ja. Ne, ja, guter Punkt, muss ich auch mal ausprobieren, ja. David. Ähm, ja, dann bleibt ja nur noch der Null Pendant, ähm, wenn der ist vielleicht ganz nett, ähm, mit Strange Defender, weil, ähm, der Null Pendant sagt, du suchst eine gegnerische Einheit aus, die im Combat mit, ähm, deiner Einheit ist und die kriegen dann minus fünf auf den Control Score für den Rest des Turns. Und zusammen mit Strange Defender könntest du da so gesehen auf, ähm, könntest du dich auf plus drei geben und die anderen kriegen minus fünf. Das ist schon nett. Ja. Mich stört das Once per Battle, ansonsten wäre die tatsächlich gar nicht schlecht, die Fähigkeit. Ja, genau. Also die Fähigkeit mit Once per Battle finde ich auch so ein bisschen so, ne. Ja. Dann sollen sie lieber sagen minus drei, aber dafür immer. Genau, ja, das wär cool. Mhm. Ich bei dir. Ja. Ja, das waren die Artefakte. Wie gesagt, die sind alle in Ordnung. Ähm, wir haben auf jeden Fall was dabei, mit dem wir das anfangen können und, ähm, das reicht mir, wenn ich ehrlich bin. Also das ist schon okay. Gut, dann haben wir die Spell Lore. Die finde ich persönlich sehr schön, muss ich sagen. Ja. Äh, wobei die Prey haben mir fast noch besser gefallen, aber ja. Ähm, ja, Toni, fang nochmal an. Welches ist denn dein liebster Zauber aus der Spell Lore? Mein liebster Zauber ist tatsächlich Starfall. Ja. Also, ähm, hat Zauber von sieben und, äh, du wählst ein Ziel innerhalb von 18 Zoll, dann Standard, normaler Castingwurf, äh, und du nimmst dem Ziel dann einfach einen Chargewürfel weg. Das ist super stark. Das ist fantastisch. Allein schon, weil es halt 18 Zoll Reichweite hat, du kannst damit die ganzen, ähm, Varing-Gutlisten oder andere, die halt so sagen, oh ja, ich komme mit 3, 4, 6. Nee, du kommst jetzt nur mit 2, 4, 6. Oder halt auch nur mit 1, 4, 6, ne? das ist ziemlich geil. Gegen Orks ist das super. Gegen Ogre, gegen, ich überlege gerade, was ist denn noch so eine brutale Brawler-Armee? Äh, Gloomspite-Kids, Trolle, wenn die nur 1, 4, 6 haben. Hahaha. Sau, sau gut. Ja. Oh ja. Zumal Casting-Veru 7 für dieses Buch auch nicht so die Herausforderung ist, wenn man ehrlich ist. Nee. Ja, wenn man so gewisse große Drachen angucken. Ganz genau, ja. ähm, das ist schon sexy. Wirklich. Gut, dann, äh, mach ich mal weiter. Ich nehm aber den Standard-Zauber, dann hat David noch was anderes, was er vorstellen kann. Ähm, ähm, der Lightning Blast ist ganz simpel. Wir hatten einen Zauberwert von 5. Der ist unlimited, den dürfen wir mit jedem Zauberer wirken. Und wir können, ähm, oh, der, das war das Mio Mio. Ah, schön. Ähm, wir, wir wählen, äh, die nächste sichtbare feindliche Einheit, die noch nicht als Ziel für diese Fähigkeit benutzt wurde. Und wenn zwei oder mehr sichtbare Einheiten des Gegners, ähm, die nächsten sind, dann, äh, dürfen wir halt auch eine aussuchen. Und wenn der Zauber dann durchgeht, machen wir D3 tödliche Wunden. Ist immer so ein bisschen dieser Effekt, ja, nur die nächste Einheit ist so, ne, aber D3 Mortals, ohne dass es diese 2-Plus-Regel gibt, finde ich schon ganz cool. Und der hat ja keine, der hat ja keine, keine Reichweite. Das stimmt. Aber es ist ja gut, es muss, ja stimmt, du kannst in der ersten Runde theoretisch quer was fällt, die nächste Einheit nehmen. Ja, eben. Das ist doch geil. Also wenn du, ah, Stehst du da und sagst, mh, wer ist denn jetzt hier, wen von denen, die am nächsten sind, von deinen ganzen Zauberern, so nach dem Motto, ähm, willst du am nächsten schaden, ah, der, der ist dann der nächste für den Zauberer, go for it. Stimmt, das ist ziemlich geil. Ich muss sagen, ich hab auf dem Huxleys, äh, am zweiten Tag damals, gegen, äh, Dorthos Armee gespielt. Mhm. Und ich, hab mich danach so geärgert, weil ich hab vergessen, dass ich diesen Zauber hab, hab ich entschieden, Morathi komplett zu ignorieren, äh, und im Nachhinein, als wir das immer so ein bisschen gesprochen haben und alles, er hatte tatsächlich Angst vor diesem Zauber. Also das heißt Angst, Respekt, weil ich halt somit immer Morathi hätte, jede Scheiß, Entschuldigung, jede verdammte Heldenphase, ihr, ähm, die Bordas machen können. Nee. Das stimmt. Ähm, weil, achso, weil du kannst halt nicht machen, weil du kannst ja nur, ähm, eine Einheit aussuchen, die davon noch nicht betroffen wurde, ne? In dem selben Zug, aber Morathi kann ja eh nur drei verlieren. Ach ja, ach ja, im selben Zug, okay. Ja, ja, deswegen, in jedem Spielerzug. Ich hätte immer was geguckt, was vorher, was noch weiter vorne an Kronis dran stand, damit ich halt nicht zu ihr durchkomme. Weil, theoretisch kannst du in jedem Spielerzug mit dem Counterspell, weil mit einer Sechs auf dem Counterspell mit Kronis, da lachst du halt drüber, ähm, diese D3-Schaden machen. Das ist schon ziemlich gut, meiner Meinung nach. Stimmt. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass das keine Reichweitenbegrenzung war, aber tatsächlich, das geht einfach schlachtfeldweit die nächste Einheit. Geil. Fett. Ja. Man könnte meinen, ich bin Thunderschock, oder, David? Haha. Haha. Haha, genau. Was für eine Überleitung. Sechs, äh, sechser Zauberwert, ähm, zwölf zur Reichweite. Du suchst dir eine gegendische Einheit aus und die kriegt dann für den, ähm, Rest des Turns minus eins auf ihre Woundrolls im Nahkampf. Sogar bis zu unserem nächsten Zug, ne? Also, ist es nochmal geiler tatsächlich. Ah, ne, Attack, ist ja nicht, ist ja auch Fernkampf, ne? Für beides. Genau. Ja. Genau, bis zu meinem nächsten Turn. Also, das ist, das ist schon ziemlich gut. Gerade mit einem Zauberwert von sechs, da, ähm, passiert halt nichts. Nicht viel, ja. Mhm. Gut. Dann kommen wir zu den Prayern. Wie gesagt, die sind tatsächlich sogar eher das, was mir gefällt. Gefällt, obwohl die Zauberer auch schon echt gut sind. Äh, Tobi, Toni, welcher ist da der Liebste von dir? Äh, ich bleibe da wieder beim Klassiker, bei Trust Location. Mhm. Also die Prayern Law an sich hat sich ja im Vergleich zur dritten Edition jetzt nicht großartig geändert. Ich meine mich zu ändern, dass Trust Location jetzt tatsächlich teurer geworden ist. Ich glaube, vorher war es auf die 3+, jetzt geht es auf die 4+. Ja. Also mit 4 Prayer Points zähle ich mehr 4+, aber, ähm, genau, wir wählen einen Priester, der das castet, hat eine 12 Zoll, ähm, Bubble quasi, muss ja ein Ziel wählen. Äh, und das darf er einfach hochnehmen und 9 Zoll entfernt vom Regener irgendwo wieder auf dem Staffel platzieren. Wenn wir das mit 8 oder mehr Prayer Points machen, äh, bekommen die minus 1 auf Hit-Rolls von Genuschel Attacken. Für den Rest der Schlacht. Äh, ne, Schlachtrunde, ja. Schlachtrunde, ja, ja. Boah, geil. Also Schlacht wäre sehr krass, dann würde ich das nur noch zünden, aber, äh, Schlachtrunde ist auch schon ordentlich. Ja. Ähm, zumal, wenn man nochmal sicher gehen will, kannst du das ja auch einfach mit einem Lord Rector machen, der bekommt eh dann mal plus 1 auf seine Prayer. Zum Beispiel, ja. Äh, ja, dann, äh, Was man vorher theoretisch noch auf eine Einheit draufsprechen könnte, damit man denen nochmal richtig schönen Beef gibt, äh, ist Blessed Weapons. Das hat allerdings einen Prayer Value von 6, also den muss man wahrscheinlich eher vorbereiten, ähm, in einem vorherigen, äh, Zug oder halt in einem Counter-Prayer. Ähm, und zwar wählen wir, wenn der durchgeht, wählen wir eine befreundete Stormcast Eternals Priester, äh, erstmal wählen wir einen Priester, der diesen Zau wirken kann, so. Und wenn der durchgeht, wählen wir eine Stormcast Eternals Infanterieeinheit, vollständig innerhalb von zwölf Zeugen dem Priester. Und die bekommen plus 1 auf die Attackencharakteristik für die Nahkampfwaffen. Und wenn der Wurf eine 12 plus war, das ist natürlich sehr, äh, unlikely irgendwie, aber theoretisch wäre es möglich, dann bekommen alle befreundeten Stormcast Eternals Einheiten vollständig in zwölf Zoll diese, diese Fähigkeit. Das ist sexy. Das ist mega, ja gut, also es gefällt mir schon richtig gut. Ja. Aber da die zwölf ist auch irgendwo verdient, ne? Äh, ja, definitiv, also, ähm, aber ich muss halt wirklich sagen, das, äh, das sag ich ja schon eine ganze Weile jetzt, ich find Prayers wirklich deutlich stärker als, ähm, als die Zauber mittlerweile. Ja. Also, ja, klar, zum, zum, für den Zwölfer musst du gut aufladen und allen drum und dran, aber der Gegner kann's halt aktiv nicht verhindern, dass du, ähm, Prayers. Ja, er kann nicht töten, aber ansonsten. Ja, aber gut, äh, kann, äh, kann nicht töten, das kannst du beim Zauberer auch, aber beim Zauberer kannst du halt noch ein, ähm, ähm, bannen, ne? Also, das kannst du jetzt hier nicht. Und jetzt muss ich aber auch sagen, ich find, äh, Stormcast sind super gut aufgestellt, mittlerweile, was Priester angeht. Ja. Und ja, so oft wie ich auch immer in den Zauberer reinweine, dass ich sage, ich find mir der Stormcast auch so schrecklich und die Armen brauchen mehr Bars, ne, wie's immer ist. Na gut, bei dir seh ich das als, als Scherzhaft, ehrlich gesagt. Ja, ja, ist es auch. Also, da kommt es nicht so vor, als wenn du's ernst meinst. Nee, und, äh, was ich dann tatsächlich immer interessant finde, wir haben keinen kleinen Magier mehr, außer dem Leid Arkano im Prinzip. Und das war eigentlich immer total schade, weil wenn, dann muss man ja auch eine Idee mitnehmen, wenn du einen kleinen Zauberer und nicht irgendwie 400, 500 Punkte hinlegen willst. Und wir haben jetzt so viele, ähm, Priester, die auch von sich noch gute Effekte aus mitbringen, wie ich finde. Oh ja. Und jetzt haben wir noch den Luxus bekommen, tatsächlich, ähm, da kommen wir nachher ja noch drauf, ähm, dass wir eine Einheit kriegen, die einfach so ein Zauberer ist, ohne ein Held zu sein. Und was, was für eine Einheit ist. Ja, das heißt, ich kann mir jetzt rein in eine Priesterlisten schreiben und hab trotzdem immer wenigstens noch ein bis zwei Bands, oder drei, wahlweise, je nachdem, welchen Priester man mitnimmt, ähm, trotzdem noch einen Gegner seine Heldenfaser zu versorgen. Voll, ja. Ja. Super, Bless Weapons. Ähm, David. Ähm. Ach stimmt, ich dachte gerade, ich hätte es schon gesagt. Eine Fehler. Ich dachte gerade, ich hätte es schon erzählt, aber nein. Healing Storm, äh, finde ich gar nicht so schlecht, der hat einen Gebetswert von vier. Und du suchst dir eine sichtbare, befreundete Stormcast Eternals, eine vollständig nach von zwölf Zoll aus, und die heilen sich dann um W3. Wenn es ein Wurf von acht war, dann heilt sich jede sichtbare Stormcast Eternals, eine heilt vollständig nach von zwölf Zoll um W3. Genau. Das ist schon in Ordnung, finde ich. Also, ähm, gerade auch als Unlimited Player, finde ich den ganz cool. Ja, muss ich auch sagen. Vor allem mit einem Player-Wert von vier, das ist schon durchaus machbar. Ja. Ja. Okay, dann gucken wir mal auf die Manifestationen. Ich muss gestehen, die Manifestationen waren für mich so ein bisschen das, ich will nicht sagen das Schulterzucken, das stimmt nicht in dem Buch, aber die haben mich ein bisschen unterwältigt, im Vergleich zu dem, was wir sonst mitnehmen könnten. Aber grundsätzlich haben wir, also ich würde jetzt die Aufstellregeln nicht nennen hier. Nur die Regeln, also das Dice Arcanum hat ein Zoll von sechs, den, der Vortex auch. Und die Frikadelle, wie Chris immer sagt, die brennende Frikadelle, die hat acht. Die brennende Frikadelle. Die brennende Frikadelle. Genau, dann würde ich mal sagen, komm, wir machen zu den Regeln. Du weißt was, David, jetzt darfst du anfangen. Fang mal an. Oh, dankeschön. Nehme ich das Dice Arcanum. Mhm. Weil das finde ich tatsächlich eigentlich so mit am interessantesten. Und zwar kannst du, der Zauberer, der die beschworen hat, kann sich da raufstellen auf diese Plattform. Die haben dann fünf Award. Wenn es ein Zauberer ist, dann kannst du plus eins auf seinen Powerlevel. Das heißt, er kann dann einen Zauberer extra casten. Die Move, ähm, ähm, wann mach ich das? Äh, genau, ich denke, jetzt muss ich mal kurz meinen Englisch gerade noch machen. This unit, äh, cannot use move abilities and remains on this main's face. Achso, genau. Also, der bewegt sich halt mit diesem Dice Arcanum. Oder hab ich das jetzt falsch gelesen? Nee, 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 das ist richtig. Das Modell darf sich nicht mehr bewegen, sondern du musst ja Enddispel bewegen. Genau, das heißt, Enddispel hat auch einen Bewegungsjahr von 8 Zoll, was meistens wahrscheinlich besser ist, als die normalen Zu-Fuß-Helden. Mhm. Ähm, ja, die Reichweite wird halt von dem, von dem Enddispel gemessen. Also, der ersetzt im Prinzip den Zauberer. Und was interessant ist, ähm, der Enddispel kann halt nur, ähm, gebannischt werden. Also, du kannst ihn nicht durch irgendwelche anderen Abilities, ähm, rausholen und musst ihn wirklich banischen. Mhm. Und. Oder ist noch, der hat, ähm, der lässt den Zauberer fliegen. Ah, genau, stimmt. Genau. Der fliegt der Zauberer, genau, das ist auch wichtig. Also, find ich, find ich ganz cool. Du hast halt den Zauberer ein bisschen mobiler und kriegst noch einen Zauberer extra dadurch, also, ist nicht schlecht. Ja. Du kannst natürlich trotzdem den Zauberer töten da oben drauf, ne? Also. Ja, ja, genau. Das geht schon, genau. Okay. Ähm, ja, Daze Arcanum. Was ich mich gefragt habe, hier steht ja keine Limitierung für die Basegröße. Mal angenommen, Kronis wirkt den. Muss ich dann Kronis auf das Modell stellen? Nein, das ist das schon, das haben sie geändert. In der dritten Edition war es so, dass der Caster draufstellen musste. Also, dass der, der es gekastert hat, musste sich auch draufstellen. Es ist tatsächlich so, es muss infantil sein, ich meine, es war 12 Zoll. Mhm. Cody, wir sind 12 Zoll. Wählst du ein Ziel und stellst ihn darauf. Also, ich hab das zum Beispiel auch mit einem Light Judicator gemacht oder einem, ähm. Ah ja, okay. Einfach nur, um ihm eine Award zu geben und das Fliegen-Keyword zum Beispiel. Mhm. Ja gut, dann ist das schon mal gut, weil ansonsten diesen fetten Drachen da draufstellen, ist halt auch... Ja, kannst du halt nur einen befreundeten Stonk... Nee, nee, guck mal. Pick a friendly Stonkers, Eternals, Infantry, Hero, ne? Also, von daher... Ja. Kannst du halt kalt, genau. Ja. Genau. Und der kann ja auch noch fliegen. Also, von daher darf der Held hier von außen. Naja, stimmt, ja, 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 stimmt, da hab ich überhaupt nicht drauf geachtet, ja. Genau. Es fehlt ja noch ein fetter Drache, der da so auf so einem Inlandscape ist, also, hui. Ich stell mir das eher vor wie eine Katze, an der du so auf allen vier Pfoten so Rollen drunter schraubst. Ja, genau. Kennt ihr diese Videos, wo eine Katze auf einem Saugroboter sitzt? Ja. So stell ich mir das vor. Genau so. Und dann schön mit diesem Bogle-Eis drauf, auf dem Roboter. Großartig. Äh, ich hatte übrigens, äh, wir hatten ja am Samstag unser Forte-K-Turnier, da hat jemand Korn gespielt mit, äh, Chaos-Spawns, die von oben bis unten mit diesem Bogle-Eis zugekleistert waren. Es war ultra witzig. Sobald der die bewegt hat, hat's überall so, äh, äh, haben diese, diese, diese Augen da rumgegruselt. Großartig. Die würd ich ja, die würd ich ja auf die, ähm, Namati Thrice von den, von den Diebken raufkleben. Ist auch geil, ja. Auch die Schildkröte mit so riesigen Dingern. Genauso, die, die Squeaks, wenn wir alle so einen kleinen Sprungfeder-Noten ran, äh, rankriegen. Das hab ich schon gesehen. Das hab ich schon gesehen. Das hat jemand gemacht bei Instagram. Und auch der, der Manglersquick, der die ganze Zeit da rumge, äh, rumgegruselt ist und da läuft es großartig. Ja. Großartig, ja. Äh, was vielleicht auch großartig ist, Toni. Äh, zieh uns die Socken aus. Ich zieh euch die Socken aus. Ich bin, äh, bei der ganzen Manifestation, ich spiel die ja tatsächlich nur, ich spiel ja keine andere. Ah, echt? Okay. Ähm, ja, ich bin einfach für psychologische Kriegsführung. Okay. Den gibt er so sehr nerven, immer an irgendwelche Sachen denken zu müssen. Tatsächlich, der, äh, Celestial Vortex. Mhm. Ähm, räuberisch, ne, nicht räuberisch, was ist das? Also hier, wird als Einheit behandelt. Ähm, und hat aber den Schlaf an sich, ja, okay, kriegt Autowhund, zwölf Vertrag nur auf die vier vier, minus eins eins. Ist jetzt nichts Großes, da trifft auch nicht viel von. Äh, ich finde den Effekt aber ganz cool, und zwar Subject One vom Hitworlds für Shooting Attacks. Bei Enemies, die innerhalb von zwölf Zoll der Manifestation sind. Das ist gegen alles, was so Scharfschützen hat und grundlegend viel Fernkampf, echt praktisch. Weil in der Regel müssen sich Leute entscheiden, okay, schieße ich erst auf den Vortex oder auf das Ziel. Mhm. Und es nervt einfach. Es nervt. Und das ist, äh, immer lustig zu sehen, wenn du an einem Tisch bist und dann immer so, ach ja, da muss ich dran denken, da muss ich da noch dran denken. Genauso wie man an den Everblaze Common denken muss. Ich wollte gerade noch sagen, nehmt das Lumineth. Ja, der Everblaze Common macht im Prinzip genau das wie früher auch. Dadurch, dass er keine Move-, äh, ja, keine Movement-Charakteristik hat, dürfen wir ihn auch in die Nahkampfreichweite stellen. Ähm, sobald wir ihn beschworen haben, Vierer Save, Sechser Bandage, also relativ einfach, fünf Lebenspunkte. Und, äh, wenn er gesummoned wurde, dann wählen wir eine beliebige Anzahl an feindlichen Einheiten, die sich innerhalb von sechs Zoll um ihn befinden. Der hat auch ein relativ großes Base und werfen einen W3 und auf dem 2 Plus gibt's so viele Mortals, wie wir würfeln. Dazu gehört noch, oder kommt noch, dass feindliche Zauberer, während sie sich vollständig, ne, während sie sich nur innerhalb von zwölf um die Manifestation befinden, minus eins zum Zaubern kriegen. Das ist ganz nett. Ja. Ja. Es ist nix Großes, was wir da haben, aber es nervt halt. Ich meine, der war früher auch besser, oder? Der hat ein bisschen mehr Mortals gemacht früher. Äh, der Bereich war größer, das war ein, äh, zwölf Zoll. Ja. Und ein 18 Zoll, das, ich glaub, das war 18 Zoll minus Cast, oder auch zwölf, kann auch so. Aber den haben sie auch, den haben sie auch oft angefasst. Ich weiß, ich kann mich noch eine Zeit erinnern, der hat ja, ähm, ist, hat der immer wieder getriggert. Also, du hast ihn gerufen und dann hat er immer wieder gepulsiert und das hat halt enorm viel Mortals gemacht dadurch. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und das, das war noch die Anfangszeit von den, von diesem Endless-Spell und dann war der anscheinend ein bisschen stark, dann wurde er runter, runtergedreht und, äh, Ende der letzten Edition war er immer noch gut, aber wirklich nicht mehr ganz so stark, wie er beim, beim Anfang war das. Da haben sie ganz schön kastriert, den guten. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Der war auch in diesen schwachsinnigen Bannerlisten mit drin. Ja, ja, deswegen, du hast ja reingerufen und der hat ständig, ständig pulsiert und hat dir ständig Mortals reingehauen und das, das war ekelhaft. Stimmt, ja. Was auf gar keinen Fall ekelhaft ist, vielleicht auch so wie auf einem Festival, ähm, ist unser neues Dixie, das neue Gebäude, was die Stormcast Eternals bekommen haben und ich muss sagen, ich hab's hier gerade neben mir stehen. Ich bin sehr verliebt in das Gebäude. Äh, jetzt müssen wir uns darauf einigen, welche Art, äh, des, äh, der, der, der Benennung wir da, äh, jetzt integrieren wollen quasi. Es gibt das, es gibt das Dixie-Klo, was ich auch sehr schön fand, war, ähm, jemand im Honest Wargamer-Chat hat vor ein paar Tagen vorgeschlagen, dass das Ding das Portal Potty zu nennen. Finde ich auch großartig. Portal Potty. Das finde ich auch gut. Ja. Ich ergebe mich euch, ich, äh, ich hab's noch nicht in ganzer Große gesehen, ich bin gespannt, wenn's die Tage bei mir ankommt. Es ist nicht ganz so groß für der Obelisk von den Bone Reapern, aber es kommt schon so in die Größenverhältnisse. Ja, du, echt? Das ist, ja, das Ding, das Ding kostet, kostet 80 Schleifen, also wenn das nicht so groß ist, dann, das ist schon relativ groß. Also ich sag mal, mindestens so wie der, wie der Loon schreien. Schon recht groß. Ja, aber da muss ja auch ein bisschen was durchpassen durch das große Portal, ne? Ja, ja, sicher. Ähm, ja, dann. Ich bin grad überlegen, wer, ja, David, mach mal. Äh, ich glaub, du hattest eben angefangen, das heißt, du wärst wieder dran. Was ist denn, und das ist unser Portal-Porty? Ähm, es ist eigentlich tatsächlich sehr simpel, ne? Also du kannst dir eine befreundete Nicht-Monster-Stormcast-Eternals-Einheit aussuchen, die nicht im Combat ist, was ich gut finde. Äh, und sich vollständig innerhalb von 6 Zoll von dem Terran befindet und die kannst du dann einfach wegnehmen und irgendwo auf dem Feld wieder aufstellen, mehr als 9 Zoll vom Gegner. In der Movement-Face machst du das. Brutal gut, meiner Meinung nach. Ja, du kannst, du kannst halt damit einfach wirklich, ähm, obwohl schon alles steht, sagen, so, die stehen jetzt da. Der Gegner weiß, wenn die da stehen, okay, die werden irgendwann teleportiert, aber er weiß nicht wann, der weiß nicht wohin. Ja. Und das ist so, äh. So, und also wieder dieses, du musst ständig bei Stormcast aufpassen, ähm, wann die unterkommen. Selbst wenn da alle runtergeschockt sind, die Idioten, die da neben ihrem, äh, neben ihrem Pisspot stehen, sagen, ja, ach, übrigens, ich komm auch nochmal irgendwo hin. Also, boah. Ja, wenn du das auch so, äh, Escape nimmst. Ja, oder? Wenn du den Raptor da nehmen und sagst, ja, okay, komm, ich beschieße dich, wenn du irgendwann da mit dran bist, bin ich drunter voll weg. Richtig. Wo ich gerade drüber nachdenken muss, ist, sie haben es ja nicht begrenzt, auf wie viele Einheiten. Ist ja nur in unserem Movement-Face. Es steht nicht once per turn oder once per army, once per bla bla bla. Wir können tatsächlich theoretisch jede Einheit, die da drin steht, hin und her teleportieren. Ähm, kann sein, dass ich mich jetzt gerade irre, aber wenn ich das nicht richtig im Kopf hab, ist es doch so, dass, ähm, jede Einheit, und ein Geländestück ist ja insofern auch eine Einheit, ähm, pro Phase jedes, jedes, ähm, jede Fähigkeit nur einmal einsetzen kann. Hm. Und dementsprechend würde ich sagen, kannst du pro Bewegungsphase nur, ähm, eine Einheit aussuchen. Weil, ähm... Guter Punkt, ja. Stimmt, das ist, das zählt als Unit. Genau, und es ist ja zum Beispiel genauso, wenn ich jetzt meinen Gaunt-Sommerer nehme, und der, ähm, kann ja auch nur eine Einheit in den, ähm, in den Silver-Tower schicken. Ja. Good point, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das heißt, die Gebäude zählen ja in dieser Edition als eigene Units. Ja, eben. Und von daher, nee, kannst du nur eine Einheit aussuchen. Eine Einheit, ja. Aber selbst das find ich brutal stark. Also, für mich, sag ich ganz ehrlich, ist das das stärkste Gelände, was wir im Spiel haben aktuell. Weil, ähm, alle anderen Geländestücke, man kann darüber diskutieren beim Lundschrein, der ist auch ganz schön stark. Aber bei allen anderen Geländestücken müsste man, oder die sind ja massiv genervt worden. Ähm, und ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass das, äh, das Portal-Potty für mich das stärkste Gelände ist, was wir im Spiel haben, Stand jetzt. Ich find halt, ähm, im Verleih zum Lundschrein ist das halt das Interessante, selbst wenn das kaputt gemacht wird, geht dir dadurch nicht eine wichtige Armeefähigkeit flöten. Ja. Und beim Lundschrein, wenn der kaputt gemacht wird, geht dir eine wichtige Armeefähigkeit flöten. Also, klar ist der Lundschrein stark, aber das tut dir echt weh, wenn er kaputt ist. Beim Portal ist das so, es zwickt ein bisschen, aber im Endeffekt ist es nicht so wild. Das stimmt. Dafür hast du noch meine Prayer. Dafür hast du noch deine Prayer und andere Möglichkeiten. Deswegen, ähm, muss ich dir zustimmen, gehört so wirklich mit zu den stärksten momentan. Weil du musst ja nicht mehr irgendwie würfeln, du musst keinen Befehlspunkt ausgeben. Nö. Du musst nur da in der Nähe stehen. Genau. Und das ist schon ziemlich cool. Ja. Ja. Und das gerade bei einer relativ langsamen Arme. Ich sag mal, wenn viele Sachen gesetzt sind, sind sie ja nicht die schnellsten. Ja. Nee, ist richtig, ja. Eigentlich bist du mir gefallen, ne? Eigentlich ja. Katsching. Wenn du noch ein paar drausst, sag Bescheid, du, ich hab genug. Ich hatte früher Stormcast, aber ich mag die Modelle nicht. Nee, du hast die neuen noch nicht gehabt. Nee, ich mag auch die neuen Modelle nicht. Das ist mir zu viel... Nee, das ist nicht schön. Das ändern wir. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ich fang du ihn jetzt an, weißt du doch. Ja, trotzdem. Nee, Raktor. Raktor, genau. Das wäre schon mit richtig, ja? Ja. Apropos richtig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal richtig ins Met. Und zwar haben wir neue Einheiten. Wir haben ja im Index eigentlich schon fast alle interessanten Einheiten besprochen. Da hat sich auch nicht so groß was geändert beim Battletome. Worüber wir allerdings sprechen sollten auf jeden Fall sind die Einheiten, die sich leicht geändert haben und vor allem sind die Einheiten, die neu sind. Äh, und ich würde sagen, Toni, da du der Gast bist, darfst du dir eine dieser Einheiten aussuchen und als erstes von uns vorstellen. Ja, ich nehme mir als erstes einfach gleich die Storm Coven. Weil ich finde diese Einheiten halt so toll. Ja. Erst haben sie ja gesagt, ja, es kommen keine Underworld-Bannen und sowas, aber jetzt haben wir doch eine bekommen. Ähm, das ist gerade vor allem das, sie sind nicht mehr unik. Ja. Also man kann da eigentlich so viele mitnehmen, wie man möchte. Ja, sind ein bisschen, was heißt ein bisschen präsentiviert, für das, was sie können, sind sie nicht zu teuer, eigentlich genau richtig. Finde ich auch, ja. Ähm, genau, also es sind drei Modelle, drei Leben, fünf war Move, drei ist self. 18. 2-Range, zwei Attacken im Fernkampf, auf die 3, auf die 4, minus 1, D3-Damage. Im Nahkampf, drei Attacken pro Modell, auf die 3, auf die 3, minus 1, auch D3-Damage. Was ich für Magier tatsächlich ziemlich potent finde. Neun Attacken? Ja, ja. Also das ist, das ist schon sportlich. Zumal, ähm, wenn, das ist ja eine ihrer, ihre Passive, äh, ihre Passive, äh, ist ja das Schön daran, dass sie, solange sie einen Objective contesten, bekommen sie plus 1 auf ihr Power-Level. Ja. Ja. Und ein zweier Zauberer, mit den Attacken, mit der Attackenanzahl, ich meine, ja, sind eine Einheit, klar, ne, kein Held, aber kann sich schon sehen lassen. Ähm, plus dann ihren einen Zauberer, der auf die 7 losgeht, den Erster-Schock. Äh, wir wählen eine feindliche, hä, wir wählen entweder eine feindliche oder freundliche Einheit dafür. Ähm, die Unit muss nur innerhalb von 12 Zoll sein, nicht vollständig, sondern nur innerhalb reicht. Und wenn's nur freundliche Einheit ist, bekommt sie Strike first und bei einer feindlichen die bekommt dann einfach Strike last. Das ist so ein starker Zauber, meiner Meinung nach. Ja. Und das ist dann halt schon, und dann wenn wir wieder jetzt, jetzt kann man wieder Listen bauen und wie man will, aber wenn ich dann das wieder auf einen Helden mache, der dann sagt, hey, guck mal, wenn ich gekämpft hab, darf neben mir gleich auf den Nachmittag zuhauen, tut das gut weh. Ja. Was ich auch wieder sehr witzig finde, ist, dass diese Einheit, wenn sie auf dem Missions-Z-Marker steht, also zwei Normalo-Dudes und eine Normalo-Dudette genau den gleichen Wizard-Level haben, wie der Vogel, der der Avatar des Gottes Magie ist. Mhm. Es ist so lächerlich, dass der Lord of Change nur ein Power-Level von zwei hat. Absolut lächerlich. Absolut. Also, der Lord of Change bräuchte ein Dreier und Kairos ein Vierer. Ja. Also, aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Ja. Man muss dazu sagen, die Einheit kostet 210 Punkte, ist also, wie du schon sagtest, ein bisschen pricey, finde ich aber absolut gerechtfertigt und ich glaube, wir werden die in fast jeder Stormcast-Liste sein. Dadurch, dass er die Hälfte von ihm wiederkommen kann, äh... Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Stimmt. Das kommt auch noch dazu und ich muss halt, wenn ich noch Priestallisten zum Beispiel schreibe, ich muss nicht extra ein Regiment aufmachen, nur einen Zauberer mitzunehmen. Ja. Also, wenn ich selber zaubern will, wir haben ja ein paar Priester, die auch bannen dürfen, das ist nicht das Problem. Ich kann einfach sagen, ja, nehm ich mir die mit, hab im Prinzip ein zweier Zauberer, wenn ich's richtig anstelle. Dann haben wir die Sintflut. Genau. Ich hab die zusammen mit Ionus gespielt. Das war super. Jetzt freut er mich nicht, ich hab mir die gerade zusammen in der Liste geschrieben. Ja, halt Level 2 Priester, Level 2 Magier in der Liste für 650 Punkte ungefähr. Ist schon okay. Kann man leben. Ja. David. Ähm, denn, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, weil ich muss grad erstmal nochmal selber gucken, welche jetzt neu sind, aber die Stormstrike Paladar sind neu, ne? Ja. Ja, dann nehm ich die. Äh, 12er Move, 3er Save, Entschuldigung, 5er Health und ein Control Score von 2. Die haben als Passivfähigkeit, ähm, wenn in dieser Schlacht ein Warrior Chamber Einheit zerstört wurde, kann diese Einheit ihre Charge Shorts wiederholen und wenn sie gechargt haben, haben sie Strike First, was ich megacool finde. Dann haben sie, mein Gott, bin grad heißer, tut mir leid, einen Moment mal. So. Ich, naja, ne, immer noch ein bisschen heißer, egal. Ist meine sexy Stimme. Ähm. Dann haben sie ihre Stormstrike Lances or Blades, die haben drei Attacken auf die drei, drei, minus eins, ein Damage, haben aber Anti-Infanterie und Charge, also Anti-Infanterie plus eins Rent und im Charge plus eins Damage. Ziemlich geil. Und die Rift Charger Talents drei Attacken, fünf, drei, minus eins, ein Damage, ähm, gut, die Kompetenien war... Vier, drei inzwischen sogar. Vier, drei inzwischen sogar, okay. Ist ein Druckfehler, hat GW geschrieben. Ein Druckfehler, okay. Ähm, ich find die gar nicht so schlecht, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie, äh, wie teuer sind die, könnt ihr mir das grad aus dem Kopf sagen? Äh, äh, 240? Für, Gott. Für drei. Okay, dann sind die doch nicht so toll. Die sind so gar nicht toll, leider. Also, ich hab jetzt mit 170 gerechnet. Dann fänd ich die cool. 240, dafür, dass die so teuer sind wie die, die, die kleinen zu Fuß Drachen. Entschuldigung, 210. Ja, nee, ist trotzdem noch, ist trotzdem noch mindestens 20 Punkte zu teuer, wenn nicht sogar 30 Punkte zu teuer. Ich find... Aber ansonsten lesen die sich erstmal gut, wenn man nicht wüsste, wie teuer die sind. Find ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil du musst eine Einheit verlieren, was du als Stormcaster überhaupt nicht willst. Und du hast einfach, wenn du mal einmal über den Tellerrand quasi rüberschaust, hast du die Fernkampfversion da vorne aus der Vengachamber, die in allen Belangen besser ist. Die haben eine bessere Fähigkeit, die haben mehr Output im Nahkampf, die können schießen und der Griff ist genauso gut. Schreib mich doch nicht an, Mensch. Nee, keine Ahnung. Ich hab mich gefragt, als ich die gesehen hab. Ich hab gedacht, warum? Das sind die Nahkämpfer. Warum? Ja, ja. Warum? Also, ich find auch, sie sehen hübsch aus. Aber sie sind halt auch wirklich surprising. Zumal, wenn ich jetzt für 210 Punkte, kann ich mir Dracolingard desolated aus. Desolated auch mit dem, die auf die 3 plus Strike kriegen und nicht, dass das sterben muss. Genau, ja. Wie du mal, es sind mehr Wunden, das stimmt. Aber in der Regel will ich nicht Cavalry haben, um irgendwas zu tanken. Nee, genau, ja. Ich versteh's nicht, warum die die so gebaut haben. Also, ja, keine Ahnung. Ist für mich eine der wenigen Battletorm-Leichen tatsächlich. Leider, leider. Ich glaub, ich werd sie kampfhaft mit irgendwelche Listen bauen, weil ich sie hübsch finde. Ja, gut. Aber da können gute Listen herauskommen. Ja. Die müssen doch irgendwie funktionieren. Ja, so Avi setzt sich ans Listen-Schreiben. Das ist gerade Meta, ich nehme alles andere. Ich hab ja Avi jetzt das vorgeworfen, dass ich schon kommen sehe, wenn er irgendwie mal, bevor er die Liste fertig hat, sieht, was für Battle Clans gespielt werden, dass er eine Liste baut, die extra so ist, dass sie möglichst schlecht auf allen Battle Plans ist. Einfach, um zu sehen, wie gut seine Würfel ihn retten. Ja. Ja, dann nehme ich ... Ach, ich nehm mal Tornis, weil ich find das Modell sehr schön, muss ich sagen. Den neuen Lord Azyrus. Also, den namhaften Tornis The Redeemed. Einfach der warhammerigste Name, den sie sich ausdenken konnten für dieses Buch. Ja, aber der ist auch von der Story supercool, ey. Ja. Voll. Voll. Hat 12 Zoll Bewegung, 3er Save, 5er Control, 8 Lebenspunkte schon ... So, dass man, weil der nämlich kein Wort, das ist so, dass man schon Angst haben muss, dass der mit einem mal Pusten umfällt. Ist allerdings von der Ruination Chamber, das heißt, wenn wir die entsprechende Sub-Faction spielen, also die Formation, dann können wir ihm 5er Ward geben. Der hat als Fernkampfwaffe den Hallowed Great Spare. Äh, da hat Crit, also 6 Treffen doppelt, Crit, 2 Hits. 12 Zoll Reichweite, 1 Schuss, 3,3, minus 2, W3. Ist also auch nur so mittelgenau. Äh, als Nahkampfwaffe hat er, Überraschung, den gleichen Speer. Hat auch Crit, 2 Hits, 5 Attacken, 3,3, minus 2, 2. Das ist schon ganz gut. Dann hat er eine allgemeine passive Fähigkeit, und zwar, wenn eine befreundete Ruination Chamber Einheit vollständig in 12 Zoll den Rally Command bekommt, dann dürfen wir 2 zusätzliche Rally Points generieren. Das heißt, wir müssen nicht würfeln, weil es gibt ja bisher Fähigkeiten, die sagen, dann würf einfach 3 weitere Würfel. Nein, die kommen einfach automatisch dazu. Was ziemlich cool ist, weil wir so zum Beispiel, ähm, einen Reklusianer zum Beispiel oder einen Prosecutor automatisch wieder aufstehen lassen. Ein Reklusianer, das klingt ja mega gut. Die heißen wirklich so auf Deutsch, Reklusianer. Oh, das ist ja fantastisch. Endlich mal deutsche Namen, die so gut klingen, nicht wie bei einem Nighthorn. Die Ruination Chamber heißt auf Deutsch, die Gramkammer. Okay, das ist wieder nicht so schön. So schnell macht man's kaputt. Äh, ähm, dann hat er in der Combat Phase die Fähigkeit Light of Sigma. Das heißt, wir werfen einen Würfel und auf eine 3 Plus wählen wir einen der folgenden Effekte. Entweder für den Rest des Zuges muss der Gegner eins von Trefferwürfen abziehen, während sie sich in der Nahkampfreichweite dieses Modells befinden, also in 3 2. Das ist ganz nett. Äh, oder, äh, wir heilen, äh, jede befreundete Stormcast Eternals Einheit in seiner Combat Range um W3. Das ist das, was ich eher nehmen würde, weil ich habe persönlich Angst davor, ihn in den Nahkampf zu stellen, weil ich glaube, der wird direkt weggenuket. Ähm, aber, ja, das Healen finde ich schon mal ganz nett. Und dann hat er natürlich die Ruination Chamber-Fähigkeit, dass er den Resistance Roll macht und auf die 4 Plus eine beliebige Ability, die keine Core-Ability ist, zu ignorieren. Ja. Ja. Kostet, ich meine 220. Wo ist er? Ich meine, da liegst du richtig, wenn ich es im Kopf habe. Ich suche ihn gerade. Wo ist er denn hier, lieber Mann? Ich meine nichts. Äh, wo ist er? Äh, wo ist er? Na, wo ist er denn? Ja, wo ist er? 220 Punkte. Ich habe gerade in meinem Listbilder nachgeschaut. Ja, genau. Tornos Urdim, 220. Ist schon pricey, aber den finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Allein schon, weil er wirklich hübsch ist. Ja, mega. Ich finde grundlegend die ganzen und nächsten Dinge echt hübsch. Ja, also ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, mir gefallen die Modelle nicht. Es liegt nicht daran, dass ich die an sich hässlich finde. Ich will sie nur nicht bemalen. Okay. Also, ob es nochmal kleinzustellen. Mhm, 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 mhm. Toni, deine nächste Einheit. Äh, das ist der gute Iridan The Witness. Ja. Oder im Deutschen, den Namen finde ich persönlich ja grässlich, Iridan vom Zeugnis. Ihr seid nicht vorbereitet. Wä? Was ist das denn für ein Name, Alter? Ja, also, ganz komisch. Heute gibt es Zeugnisse. Haha. Kommt da, Iridan. Also, so ein, weiß nicht. Ah, nee. Das ist richtig sehr komisch an einem Deutschen. Nee. So, voller Mathelehrer kommt da um die Ecke. So, Kinder, Zeugnisse. Nee. Doch, leider. Ist tatsächlich. Ah. Ja, machst du nix. Du machst nix. Ja, dann, dann, dann mach mal. Vielleicht, vielleicht vor Schande des deutschen Namen, ähm, hat auch extra der Greif eine kleine Henkerskapuze auf. Mhm. Ähm. Genau. Ist ein 330-Punkte-Held, finde ich persönlich ein bisschen teuer. Ja. Und für halt weh, vor allem, wenn ich für 70 Punkte mehr in Ionus mit reinnehmen kann. Ja. Ähm. Aber gut, zwölf Leben, zwölfer Move, dreier Save, fünfer Control Score. Ist ein 1er Priest. Immerhin etwas. Mhm. Ähm, er hat dann einmal die Axe of the Final Threshold mit Crit Mortals. Das sind vier Attacken auf die 3 auf die 3, minus 2, D3 Damage. Und, äh, Irax Talents, auch Crit, sind dann zwei Hits, ähm, als Companion Attacke. Sechs Attacken auf die 4 auf die 2, minus 2, 2 Damage. Ähm, finde ich aber dann gehen cool, äh, die Prayer, die er dabei hat, the Prayer of the Witness, sind vier Prayer Points, die du dafür brauchst. Ähm, für den Rest der, äh, der Turn, jedes Mal, wenn eine Renation Chamber innerhalb von, vollständig innerhalb von 18 Zoll, äh, kämpft, darf man danach eine Ability auswählen. Entweder D3 heilen, das ist also, wenn es über eine 8 Plus Chart war, Flat 3 heilen, oder die Unit bekommt einen 6er Ward. Ja. Finde ich, ist ganz nett. Ja. Hab dann natürlich noch standardmäßig den Renation Chamber, äh, Effekt. Und once per turn, army, end of any turn, noch die Dark Flight Ability. Also wir müssen eine genulische Einheit in Combat mit Iridan wählen. Und einen Würfel rollen, und, äh, wenn der, wenn die Augenzahl auf dem Würfel mehr ist, als der Leben der Einheit, die wir gemeldet haben. Ähm, fütten wir ein Modell aus der Einheit, und dürfen uns irgendwie, äh, sofort zurückziehen, ohne, äh, Mord zu kriegen. Das ist tatsächlich ziemlich cool, ja. Ja, ist schon, ist schon, schon sexy. Eben. Ja, wie sieht's bei euch aus? Was ist denn für euch noch irgendwie interessant hier, von den neuen Sachen? Also grundsätzlich erstmal zu Iridan bin ich auch bei dir. Ich sehe nicht, warum ich den für 330 Punkte einpacken sollte, wenn es einfach Ionus gibt, der in Greifenweite, wollte ich sagen, in Reichweite, Greif, äh, Greif, äh, Greifweite ist. Ja, genau. Ähm, ich find das ein unfassbar geiles Modell. Dieser neue Greif ist wieder für mich im Peak-Design von Games Workshop, muss ich wirklich sagen. Aber auch bei dem hab ich mir gedacht, was soll ich mit, also, nicht was soll ich mit dem, aber was habt ihr euch bei dem überlegt? Weil der ist nicht schlecht, aber es gibt wieder eine Einheit im Buch, das ist auch für mich die größte Kritik an dem Buch, die kann das Gleiche, aber besser. Und, ähm, das find ich total schade, weil ich find das so ein schönes Modell. Ich muss zu meiner Schande ja gestehen, äh, ich muss mich ja hier outen, ich hab den zweimal bestellt, tatsächlich. Für beide Modelle? Okay. Ja. Ja. Ich bin wirklich leider komplett reingegangen, die jetzt mir warst, ach komm, ich find die hübsch, ich hol sie mir und du das gut. Der ist mega hübsch, ja. Ja. Aber das ist halt wirklich das Ding, ich find für so, 30 Punkte weniger, würde ich's mir überlegen. Einfach für, wenn du ein bisschen mehr in die Ruination-Richtung gehen willst, aber dafür ist Ionus halt auch einfach zu stark. Ja. Aktuell. Dass sich bei dem nichts geändert hat, ist für mich wahrscheinlich so der Schocker des Buchs gewesen. Ja, ja. Also wir könnten jetzt auch sagen, es ist eigentlich ein Wunder, dass sie nicht nochmal um 10 Punkte günstiger gemacht haben. Ja. Aber... Ja, 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 ja. Also die Punktung bei dem Buch, die ist für mich so nicht verständlich. Ja, da hab ich aber auch mal Fragen zu, ja. Ja, ja. Okay. David, deine nächste Einheit. Ähm, dann nehm ich, ich hoffe, der ist auch neu, Lord Terminus. Der ist von den Regeln nicht neu, aber der hat ein neues Modell bekommen, ja. Achso, ist der echt von den Regeln? Ist der echt von den Regeln? Ich glaub, die kann ich auch gar nicht. Da mein ich gar keine angefasst von denen, wenn ich richtig gelesen habe. Äh, was jetzt noch neu ist, ähm... Der Lord Vigilant of the Stalker, oder? Ach nee, der ist ja... Nee, der war auch... Ja. Genau, die Paladots hatten wir schon. Reclusions gab's ja auch schon, ne? Reclusions gab's auch schon, da hat sich nichts geändert. Der Lord Vigilant on Griff Stalker ist neu. Ah nee. Ah nee, 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 Moment. Der... Der... Der Lord Vigilant... Genau, der Lord Vigilant ist noch neu und der Dude auf dem Morgryf ohne Namen. Ich weiß gar nicht, wer er heißt. Nee, der Lord Vigilant ist... Der ist neu. Das ist jetzt die Alternative von, ähm, äh... Ach so. Tornos redeemed. Ach, ich war beim Lord Vigilant, Entschuldigung. Nee, nee, genau. Ich kann auch ganz mit den ganzen Lords durcheinander. Wo ist er denn? Der Lord Vigilant. Ich such ihn gerade. Bei den Reclusions mit auf der Seite. Oh. Ganz unten fast. Ja. Bin schon ganz hinten fast hier, ja. Warte mal. Äh, grad zurückgeblättert, weil ich überblättert habe anscheinend. Aber ich bin gleich soweit. Es ist hier wieder... Qualität. Da, Reclusion. Ach, da, okay. Deswegen hab ich den übersehen, weil da kein Bild war, okay. Ohne Bild, guck ich nicht. Nee, warte mal. Lord Vigilant. Meinst du den Lord Vigilant? Den Lord Vigilant gab's schon. Den gibt's schon, wollte ich sagen. Wie heißt denn hier der andere Sturm-Otto? Der Sturm-Otto? Wie heißt der denn? Für mich bleibt das jetzt immer der Name, Sturm-Otto. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich kann den Lord Vigilant. Also, es gibt... Der Knight Azyros, so heißt er, genau, ja. Aber den gab's doch auch schon, oder? Doch, den Knight Azyros gab's auch. Der hat jetzt neue Regeln bekommen. Aber ich meine, ich hab den auch nicht bei mir in der Auflösung drin. Ich hab nur die beiden Name drin. Ah, nee, stimmt. Ja. Okay. Ja, dann, David, könntest du die Quest of Souls-Worn nochmal ansprechen, weil die haben sich minimals geändert. Die sind jetzt ganz sexy. Die sind fast ganz oben. Ja, gut. Fast vorne. Bin auf Quest of Souls-Worn. Ich blätter hier hin und her, ne? Quest of Souls-Worn, okay. Okay, 5er Move, 3er Health, 3er Save. Bestehen aus... Ich seh's glaub gar nicht, wie viele Modelle... 8 Modelle, okay. Haben ihre Quest of Weapons, 3 Attacken, 3, 3, minus 1, 2, Damage. Damage. Damage, Damage. Haben eine Once per Metal Ability, die du in deiner Movement Face machen kannst. Und zwar suchst du dir eine befreundete Knight Quest zur Einheit, die in der Combat-Rent dieser Einheit ist. Und dann kannst du diese Einheit... Warte mal, remove this unit. Dann kannst du diese Einheit, also ich geh's mal schon aus, dass du dann die Quest-Soul-Einheit die Quest-Soul-Einheit vom Battlefield entfernen. Ja. Und stellst sie wieder weiter als 9 von den genischen Einheiten auf. Ja. Aber halt in Combat-Range von dem Knight Quest-Soul, ne? Ja, genau. Also der Quest-Soul, ne, also der Quest-Soul wird dann mit umgestellt. Genau, der Quest-Soul wird quasi nachgeportet. Ah, nee, andersrum. Ja, genau. Ich seh's jetzt auch gerade. Genau. Du bewegst erst die Einheit und danach sagt der Quest-Soul, ah, Leute, wo seid ihr hin? Und haut mit ab. Mhm. Und ja, es ist ja, ähm, nette Sache, ist halt leider nur once per battle, ne? Mhm. Ähm, und dann kannst du dir halt noch einen, ähm, in der Deployment-Phase, einen, ähm, Objective aus, äh, vollständig außerhalb von befreundeten Territorium aussuchen, das als Quest-Markt markieren. Mhm. Und wenn diese Einheit ein Quest-Markt-Objective contested, haben die ein 5er Award. Also contested heißt ja, du musst es nicht mehr halten, sondern einfach nur draufstehen und sagen, ich hätte es gerne. Ja. Also ist eine, ähm, nette Einheit auf jeden Fall. Ja, ne? Kriegen ein bisschen, ein bisschen Control-Wert auch noch plus, ist auch ganz nett. Und, ähm, ganz unten noch, wie gesagt, den Port. Genau. Und es sind halt auch einfach 18 Leben mit einem 3er Save, richtig 5er Award, die dann da auf so einem Punkt stehen, ne? Die musst du auch erst dann bekriegen. Ja. Das ist schon frech, ne? Also. Genau. Ähm, mit dem, Mir fällt gerade ein, einen Held haben wir auch neu gekriegt, nämlich den Lord Sallestant. Aber den finde ich jetzt nur wenig erwähnenswert, weil die Regeln haben sich kaum geändert. Also neu ist Modell. Genau, er hat ein neues Modell bekommen. Wenn er kämpft, darfst du Warrior Chamber wählen. Wie auch mit dem Night Quest und sowas. Sonst ist es auch eher etwas underwhelming, wenn ich ehrlich bin. Total, ja. Okay, wer sich noch geändert hat, ist der Lord Sallestant of Star Trek. Und zwar hat sich eine Fähigkeit geändert. Nämlich Ich glaube, das war hier Lord of the Host. Dass man eins zur Attackencharakteristik von befreundeten Extremis-Chamber-Einheiten vollständig in 12 Zoll addieren kann für den Rest des Zuges einmal pro Spiel. Das finde ich ganz geil, muss ich sagen, weil er selber auch ganz gut zuschlägt. Ich finde den Lord Sallestant tatsächlich einen Ticken schlechter als den anderen. Äh, als den Drakesworn Templer, genau. Äh, weil der Templer selber ein bisschen härter zuschlägt im Nahkampf. Ähm, ich guck gerade mal, wo ich den finde hier. Oder hab ich den gar nicht gesichert? Ne, hab ich gar nicht. Scheiße. Ich hab gerade mal nachguckt. Das haben sie aber nicht geändert. Äh, ist das doch gleich geblieben? Ich dachte, das ist gleich geblieben. Ich hab gerade extra mal kurz die Wallscrew rausgesucht, die ich hier noch liegen hab. Aber mir ist auch so, als hätten sie irgendwas an ihm geändert. Ich meine nämlich auch. Und sei es nur, oder ist der einfach so massiv in Punkten gedroppt? Warte mal. Wo ist er denn hier? Da, 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 da. Lord Sallestant und Sardegner. Gut, massiv zehn Punkte. Ich meine auch, da hat sich was geändert. Ich hatte das irgendwo gelesen auch. Ja. Ich meine, das war das. Gerade nicht. Oder haut er einfach härter zu, dass sie das Waffenprofil geändert haben von ihm? Bin ich auch gerade schon am Gucken. Aber auch da Fehlanzeige. Drei, zwei, nee. Hm. Okay. Im Zweifel reichen wir das im Deep Dive noch mal nach. Ja, eben. Das muss man ja jetzt ja nicht so. Nee, genau. Ja. Also das zuerst mal zu den Einheiten. Wir haben noch eine Army of Renown und zwei Armies of Renown und zwei Regiments of Renown. Die würde ich jetzt so ganz kurz abhandeln, weil mal ganz ehrlich, die beiden Regiments of Renown sind für uns sowieso uninteressant als Stormcast. Ja. Und die Army of Renown ist so ein bisschen wie bei den Skaven meiner Meinung nach. Die eine ist so ein bisschen mimisch, die andere ist Müll. Aber genau, kurz zu den Regiments of Renown. Da haben wir zwei Stücke, nämlich einmal die Valnirs Stormwing. Das sind zwei von der Stormbreak Guard, also einmal der Chef und einmal eine normale Dame. Und einmal pro Spiel dürfen die eine Fähigkeit anschmeißen in der Heldenphase, dass sie plus eins zu Wound und plus eins auf den Safe kriegen, also quasi eine Finest Hour anschmeißen dürfen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich wüsste jetzt nur gerade akut nicht, mit wem ich das spielen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Armeen wie Fireslayers oder keine Ahnung... Ja, Punkt. So was durchaus spielen würden. Ist nicht schlecht. Also ist okay für die Punkte. Ich gucke gerade noch mal, wie viel die kosten. Ich meine, die waren so bei 3,40. Das war relativ okay. Achso, das habe ich euch hier gar nicht mitgeschickt. Wo haben wir denn hier die Punkte? Da sind sie. Das Regiment of Renown kostet... Ach Gott, wie ich die GW-PDS liebe. Da, Regiment of Renown kostet... Äh, Death, Destruction, Chaos, Order... Da, 400. Also knapp teurer als die beiden Drachen. In der Stormcast-Armee. Ein Night Draconus und ein einzelner Stormdrake-Guard kosten 400. Ah ne, dann kostet das selbe. Ja gut. Dann sind sie günstiger. Ein einzelner Draconus kostet ich 250. Okay, dann sind sie ein bisschen billiger. Ja. Ja doch, 250. Minimalerunterschied, mein Gott. Ja, kann man machen. Also, keine Ahnung gehabt, ob das super ist. Könnt ihr ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, was meint ihr? Gibt's eine Order-Armee, die die mitnimmt? Ich würd sagen... Nee, glaub nicht. Ich hab aber jetzt in keiner Armee irgendwie großartig das Gefühl, dass du da hast so, ja, dieses Regiment ist so geil. Das muss unbedingt... Oh, aber hallo. Ja, okay, gut. Lass mich raten. Kerle sind toll. Und the Black Talents. Ja, okay. Ich spiel zu viel Stormcast. Ich bring das als Spannard gewohnt. Entschuldigung. Ah, Kallus und Toll sind so ein Brett geworden, weil die auch billiger geworden sind. Eieiei. Naja. Ja, und das Zweite sind dann The Horizon Seekers. Da sind drin fünf Vanguard Hunters, drei Paladors und der Lord Aquilo on Griff Charger. Äh, und die bekommen die Fähigkeit, wenn sie sich um den Lord Aquilo befinden und der seine Ride the Winds, äh, Etheric Ability benutzt, dann können die mitspringen. Äh, und sie bekommen dann plus eins zu Hit. Äh, während sie gegen die Hunted feindliche... Also, die haben ja alle diese Fähigkeit, dass sie eine Einheit bestimmen, die Hunted ist. Und dann bekommt man halt ein plus eins zu Hit. Das ist ja die Fähigkeit der Vanguard Chamber. Äh, ja. Also, ich sag mal so, jetzt mag das vielleicht Zünschlinge, aber vielleicht haben dadurch Leute einen Grund, sich einen Loaterkiller zu kaufen. Ja. Und den so Underwhelming von der Warscroll her. Voll. Das ist so, ähm... Voll, ja. Ja. Über die Weltumgleiche, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Genau, dann haben wir zwei Armys noch für den Namen. Einmal, äh, ganz kurz... Aber die können wir nochmal besprechen. David, welche von den beiden gefällt dir denn am besten? Äh. Dass du mich auf den kalten Fuß erwischt. Ha! Ja. Warte mal, warte mal. Das war... Ach, das waren ja einmal die Ruination Brotherhood, ne? Und die, äh, Heroes of the First Forged, ne? Mhm. Ähm. Ach, ich nehme die Ruination Brotherhood, weil ich weiß, dass Tony andere gut findet. Ich finde die andere auch cool. Ähm, ja, Ruination Brotherhood, da hast du, ähm, Iridan und, ähm, alles, was ein Ruination Keyword hat. Und, also, Ruil Rater, Knight Questors und andere Nicht-Hero-Warrior-Chamber-Units, kannst du bitte nehmen. Mhm. Ähm. Also, das heißt, da fehlt dir halt die Extremis und die, ähm, Wenger-Chamber und die, die Beasts fehlen der Halterna. Also, im Prinzip fast alles, nur ein paar Kleinigkeiten fehlen. Ja. Ähm, ja, sie haben, was haben sie als, 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 als Battle Trades? Sie haben ein 6er, ein 6er Ward für die Warrior-Chamber-Einheiten, solange sie sich vollständig nach von 12 Zoll von einer, warte mal kurz. Von einer Ruination Chamber-Einheit befinden. Genau, von einer Ruination Chamber-Einheit befinden, genau. Dann haben die noch eine, ähm, unique Rampage, ähm, für den Vigilant of Morgryph und den Iridan. Ähm, da suchen sie sich drei Einheiten, mit denen sie gekommen sind. Und auf die 2 Plus gibt's halt wieder Immortals. Also, ja, okay. Ähm, dann haben die aber die Hauptfähigkeit, ja, du suchst dir eine nicht, ähm, Helden-Relation-Einheit aus. Also, ähm, Inclusions oder die Prosecutors zum Beispiel, die gekämpft haben. Und am Ende des Turns können die entweder ein, ähm, getötetes Modell zurückkriegen, wenn sie innerhalb von 12 Zoll, vollständig innerhalb von 12 Zoll von Ruination im Helden sind. Ähm, und die kriegen plus eine Attacke, war das? Genau. Genau. Wenn sie einen Objective contesten, ähm, oder wenn sie Commands nutzen. Ja. Äh, ja, es sind viel Englisch gerade, muss ich dazugeben. Nee, alles gut. Es ist eine Stunde. Ja. Aber, äh, was haben wir noch? Die Fähigkeiten, die restlichen, also die, die Heroic Traits ist, ähm, äh, ist dieses Ignore-Core-Abilities-Ding, äh, ist dieses Ignore-Ability-Ding und, äh, das Artefakt verteilt ein Wort von 5 plus für Infanterie und ein 6er für alles andere. Ah, das sind die, ja, genau, genau. Ähm, ganz ehrlich. Ja. Nee. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, ähm, überzeugend unbedingt, würde ich sagen. Ja. Erfahrungsgemäß, können wir auch gleich im Fazit noch drüber sprechen, die Ruination Brotherhood oder allgemein Ruination Chamber ist nicht so stabil, wie man annehmen möchte. Ähm, und das war für mich so der Grund jetzt auch schon zu sagen, boah, nee. Ähm, also die, die, die Army of Renown würde ich erst recht nicht spielen. So. Ja. Aber. Stimmt. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben die Heroes of the First Forged, Toni, was machen die denn? Äh, ja, sind die, auf die ich vorhin schon so, äh, kurz zu sprechen kam, weil ich so ein bisschen die Hoffnung hab, die alten Anilator-Zeiten irgendwie wieder, äh, zu beleben. Mhm. Ähm, also wir sind dadurch gezwungen, Bastian mitzunehmen, als, äh, Lord-Kommandanten himself und sind wirklich super limitiert, was die, ähm, Armee-Zusammenstellung angeht. Also wir dürfen halt, wer jetzt überrascht, Anilator mitnehmen, wir dürfen Präthorn, mitnehmen, wir dürfen Night Vaxilion und Night Quester mitnehmen und danach wird's halt auch schon dünn. Ja. Also Helden dürfen wir noch ein paar mitnehmen, also Helden haben wir glaube ich sogar die freie Auswahl, nee, alles nur was Warrior Chamber ist und unique ist. Genau. Ähm, und das war's dann auch schon. Aber, ähm, was wir eben halt drin haben, das fände ich persönlich mega, ist einmal dieses, okay, wenn wir denn gecharged haben, können wir auf jeden Fall durchgegner durchchargen. Das ist geil, ja. Das ist geil und das halt auch einfach in Kombi mit, ähm, dem innerhalb von 6 Zoll komplett um Bastian runterkommen und mir jetzt 3 Zoll von Gegenden weg ist schon ganz cool, weil da haben wir nur einen 3 Zoll Charge mit Anilatern und das ist schon echt juicy. Ja. Es ist halt, es ist halt wirklich so das Ding, wie viele Anilaters kannst du mitbringen, weil ich glaube in so einer Liste Bastion plus 18 Anilaters sind irgendwas um die 1600 Punkte. Äh, warte, ich kann's dir sagen, das sind 6, sind 12, sind 15, 18, also ich hab, äh, 21. Oh. Plus, ich hab extra 3 Präton bei für Bastian, und Lord of Lictor noch ein Neidwechsel ja zum Hochheilen. Ja. Das sind genau 2000, das sind 1990, ich hab aber, ähm, 3 Trupps, 3 Normale mit Schild und 2 Verstärkte mit Grandhammer. Ja. Das, das, das Aue hat mir gerade sehr gut gefallen. Oh. Nee, mir ist gerade auch wieder aufgefallen, wir sind ja nicht bei 40K, wir haben keine Rule of Three, wir dürfen ja noch mehr mitbringen als 18. Ähm, ja. Und gerade da die Kiltanilater mittlerweile so schön günstig sind. Ja, sind sie. Ähm, es, ich glaube, das ist eine Meme-Liste, die kann funktionieren, ist für mich so, ist für mich so die Inkarnation von der Schrecken der Mid-Tables, ähm, ich glaube, die wird, die ist ganz witzig, so, so, so wie die, die Sankwell, ähm, Sub-Faction bei Enscaven. Mhm. Wobei ich die noch cooler finde, muss ich sagen. Ähm. Also ich, ich bin bereit für diese Liste, ich muss noch irgendwo ganz viele Anilator herkriegen, aber, Ebay, ich schick mir schon wieder welche. Ja, ich find die geil. Ich find das echt cool, ja. Vor allem die, die, das Gesicht vom Gegner, wenn du ihm einfach sechs von diesen Grand Timer Annihilators vor, in drei Zoll vor die Nase stellst. Das ist schon sehr witzig. Oh ja. Ja. Okay, das waren die Stormcast Eternals. Äh, kurzes Fazit noch von uns, ähm, ich würd sagen, der Gast, der Gast darf anfangen. Toni, was hältst du denn von dem Buch? Hast du irgendwelche Hits und Misses? Ähm, ja. Also ich bin, ja, gehypt, bin ich ganz ehrlich, ich hab wieder richtig Bock, äh, zu malen und zu spielen. Miss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätt mir irgendwie ein bisschen mehr Einheiten für die Reclusions gewünscht. Also wenn wir noch ein, zwei, gebt mir irgendwas Kleines, jetzt was, ja, Lormix, ich mach Sinn, um kurz zu beenden, die sind super limitiert und sind die übrigens krassen und, aber irgendwie da hab ich mir ein bisschen mehr gewünscht, tatsächlich nicht. Ähm, ja, sonst, ich bin tatsächlich echt zufrieden. Ich seh, ehrlich gesagt, wieder die Möglichkeit, wir können super viele verschiedene Listen bauen, jetzt gerade mit den, äh, ich nenn sie jetzt mal noch Subfacts, die wir haben, mit dem Thunder Toasted Album. Mhm. Und ich glaub, es wird sich mir ja die Zeit rausstellen, was da, ja, sehr gut funktioniert und eher weniger gut funktioniert. Ich werd mich weiterhin weigern, ähm, irgendwas Hartmeter-lastiges zu spielen, also ich werd weiterhin keine Raptoren spielen und ich werd auch immer noch keine Stormjack-Garde anfassen. Ähm, da bin ich aber noch aus der dritten Edition geschädigt, die sind ja nicht mehr so krass. Nee, ja. Ähm, ja, mal gucken. Also Stormcoven sind für mich aber noch einfach ein Stern am Himmel. Voll, ja. Die sind einfach zu gut und ich muss sagen, ich hab jetzt aber auch irgendwie das Glück, dass ich oft gegen, äh, Tote oder Dämonen ran darf. Äh, ich möchte einfach nochmal so honorable mention, der Night Redactor, den Wartus gegen das immer jetzt schlechter macht. hervorheben. Mhm. Ein wunderschöner Priester. Ähm, ja, und dann mal gucken, was die Zeit zeigt, aber ich hab auf alle Fälle Bock. Ja. David? Ähm, also rein, ähm, objektiv betrachtet, find ich, ist es ein unglaublich starkes Battle-Turm. Mhm. Du hast wunderbare, ähm, Armee-Fähigkeiten, du hast gute, äh, Unterfraktionen, du hast brauchbare Artefakte und, ähm, Helden, äh, Generaseigenschaften, hast aber gleichzeitig auch noch viele, äh, Buff-Möglichkeiten durch Warscrolls in den Helden oder Einheiten. Hast, ähm, Riesenauswahl an Möglichkeiten, weil du hast, äh, Zauber, du hast Prayer, du hast, ähm, Nahkampf, du hast Fernkampf, hast eigentlich durch die Bankwecken einen super guten Save, viele Lebenspunkte, äh, teilweise auch Zugriff auf Retter. Und dann jetzt noch aktuell die deutliche Vergünstigung in den Einheitenpunkten. Ähm. Für mich in Verbindung mit den Punkten ein bisschen over the top. Meiner Meinung nach. Ähm, ich finde, die sind, äh, für das, was sie können, zu günstig geworden. Ähm, Reihen von dem Battle-Tome finde ich sie nicht zu stark, aber sie müssten die Punkte wieder anpassen. Okay. Ja. Äh, ja, ich muss auch sagen, für mich, äh, ein absolutes Highlight, das Buch, was ich ja immer angekreidet habe, ist, dass Stormcast Eternals a, die Seele fehlt und b, die waren bisher immer pottenlangweilig. Von den Regeln her. Ähm, selbst wenn sie gut waren. Die waren ja in der letzten Edition, gerade zum Start mit den Drachen und auch zum Schluss mit den Drachen wirklich sehr, sehr gut. Ähm, war für mich immer so, ja, okay, aber, hm. Das haben sie jetzt geändert, also das Buch hat wirklich sehr viel Seele, meiner Meinung nach. Ähm, wir haben wirklich vier Subfraktionen, die sich alle unterschiedlich spielen, die alle spielbar sind, das möchte ich hier betonen. Ähm, und, äh, da haben sie wirklich echt gute Arbeit geleistet, in diesem, äh, muss ich wirklich sagen. Ähm, was ich hier stark ankreide, ist, äh, wie sie die neuen Einheiten gestaltet haben. Also für mich ist das der Battletoom, äh, spiel mal alle alten Stormcasts, die, die du noch im Schrank stehen hast. Ähm, weil tatsächlich fast alles richtig gut geworden ist, was nicht, äh, die, die, ähm, die, äh, Ruination Chamber ist. Es gibt ein paar Einheiten aus der Ruination Chamber, die sind gut, so wie die Prosecutors zum Beispiel oder der, äh, Tornus Redeemed, den find ich auch richtig gut. Aber alles andere fast, was dazu gehört, ist für mich einfach um Welten schlechter als das, was die anderen Kammern dafür stellen. Ähm, und das find ich ein bisschen schade, weil die gerade die neuen Modelle echt richtig schön sind. Äh, ansonsten, ja, ihr habt es gesagt, stark, jetzt mit den Punkten Anpassungen nochmal stärker tatsächlich. Ähm, ich bin gespannt. Ja? Äh, was mir gerade von öffnet, weil du es gerade sagst, was, glaube ich, der Ruination Chamber super helfen würde, in meinen Augen, wäre, wenn das, äh, der Resistenzhof nicht Wons per Army wäre. Ja. Das sagst du, okay, der darf den einmal machen, das ist pro Runde sein, von mir aus, um Gottes Willen. Muss man auch gucken, wie es Balance-Tichter geht. Klar, dieses Wons per Army, finde ich, ist ein bisschen zu limitierend, in meinen Augen. Ja. Ja. Ja, stimmt. ja, das muss ich auch sagen, das wäre besser, wenn sie das ein bisschen variabler machen würden. Mhm. Ja, ich finde halt auch, die sind zu teuer für das, was sie machen. Also, die sind okay im Nahkampf, auch dieses Crit Mortals ist ganz nett, aber, ähm, du hast eine andere Einheit, in diesem Fall, was weiß ich, mit einem ähnlichen Damage-Profil, äh, Profil, sowas wie, äh, Annihilators. Die machen zwar keine Crit Mortals, aber die sind halt einfach Tanky aus der Hölle, oder Vanquishers haben auch ein ähnliches Profil, aber Vanquishers haben, sind einfach universell besser einsetzbar, meiner Meinung nach. Ähm, und das ist so das, was ich ein bisschen ankreide. Ähm, was ich aber, Entschuldigung, auch heute. Ja, ja, nee, was ich halt einfach besonders positiv hervorheben möchte, ist, dass in diesem Buch auf einen, auf einen Schlag, ich hab so viele Stormcast-Listen erstellt, die funktionieren alle anders, die haben alle irgendwie, klar, immer so einen bestimmten Kern mit, weil unsere Damage-Diele-Einheiten sind halt einfach ein sehr kleiner Kern, das muss man fairerweise dazu sagen. Also sowas wie Long-Strike Raptors, ähm, Annihilators mit Hammer, äh, Vanquishers und, äh, eine wichtige Einheit, hab ich bestimmt vergessen. Fulminator. Fulminator, ja genau, und hier die, die, die Vanguard Palladors, die halt auch wirklich sehr viel Schaden machen können. Ähm, das sind so die typischen DD-Einheiten, die sind immer irgendwie mit vertreten. Äh, The Black Talents, ganz wichtig, weil Neve, Neve Black Talents, die rastet komplett aus mit den richtigen Buffs drauf. Ähm, und, äh, ansonsten außenrum werden dann immer die Listen gebaut. Aber es ist wirklich, wir haben Drachen, äh, mit Drachen verschiedene Builds. Alleine, dass wir jetzt Listen sehen, die richtig gut performen, wo wir Krondus und Karazai in einer Liste haben. Wie geil ist das denn bitte? Ähm, ne, wir haben die Ruination Chamber, die kann man spielen, die sind nicht super Grottenscheiße, aber die sind halt in diesem Buch hier für mich eher das Schlusslicht. Ähm, wir haben eine Vanguard Chamber, die viel teleportiert, wir können viel auf Battle Tactics, wir können viel Control spielen, wir können viel Alpha Strike, wir können viel Counter Strike spielen, ähm, und so weiter und so fort. Und das finde ich richtig geil, weil dadurch werden wir sau viele verschiedene Stormcast-Listen sehen, auch auf Turnieren zum Beispiel. Die werden alle irgendwo anders funktionieren und der Gegner kann sich nicht vollständig auf dieses Buch einstellen, weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben. Und das finde ich großartig. Muss ich wirklich sagen. Genau das wollte ich nämlich auch grad noch am sagen, als ich dich da so unfundlich unterbrochen hab, dass ich, das ist eine Riesenstärke bei einem Stormcast-Buch finde, dass du einfach unglaubliche Vielfalt hast. Ja. Das ist wirklich, also wie du jetzt schon gesagt hast, du kannst so viele Listen bauen, die alle, ähm, gut funktionieren und das ist fantastisch. Also das, was ich zum Beispiel bei den Slays vermisse, diese Möglichkeit von einer guten, großen Vielfalt mit einer, trotzdem, dass die Listen noch gut funktionieren, das hast du bei den Stormcast definitiv. Das finde ich mega toll. Ja. Ich bin halt, ich bin halt nur hart neidisch darauf, aber es ist gut. Ja, dein Buch steht jetzt auch vor der Tür, ne? Ja. Äh, ja, aber also, für mich ist jetzt der Punkt, mit Stormcast anzufangen, ganz ehrlich. weil so ein gutes Buch hatten die noch nie. Ja. Das ist wirklich das ist nicht alles. Kommt zur besten Armee aller Zeiten. Nein. Ich meine, was? Nein. Tut mir leid. Nein, die beste, also die coolste Armee ist es für mich nicht. Da mag ich andere lieber, sowas wie die Gloomsprite Kids oder wie Nurgle. Aber die sind schon, schon ganz cool geworden jetzt in der Edition. Und machen echt Spaß. Ich muss irgendwie Lobbyarbeit leisten als Fanboy. Stormcast sind zu seelenlos. Sagt der Chaos-Spieler. Hm. Ja. Nee, aber schön. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Battletorm haltet. Ob ihr vielleicht selber Stormcast spielt. Und genau, dann sehen wir uns oder hören uns in ein bis zwei Wochen wieder zum Deep Dive. Da werde ich auf jeden Fall drei Listen mitbringen. Und kann schon sagen, die haben richtig, richtig Bock gemacht. Und eventuell macht ihr den vielleicht sogar mit Patrick dann vielleicht. Mit Patrick? Mhm. Weil ich glaube, wenn er in ein bis zwei Wochen macht, ich glaube, dann hat er eine passende Schicht, sodass er dann auch mal mit aufnehmen kann. Und wenn es passen würde, würde ich vorschlagen, dass Patrick dann auch mitmacht. Ja. Weil Stormcast ist ja auch so nebenbei am Sammeln. Von daher würde es vielleicht ganz gut passen. Ja, mega. Mhm. Ja. Okay. Dann, meine Herren, es war mir ein Fest. Oh, mir auch. Vielen Dank, dass du da warst, Toni. Ja, immer wieder gerne. Immer wenn du zum Stormcast gehst, bin ich gerne mit von der Partie. Mhm. Und, ähm, ja, kurzer Ausblick auf die restliche Woche. Äh, an die Quatsch, wir sind ja gar nicht im Stream. Ähm, nee, ja, dann ist der Podcast hier an dieser Stelle vorbei. Wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Paris-Authen. Auf Wiedersehen. Küsschen mit Küsschen. Sigma hat ein Auge auf euch. Bis dann. Übliche Woche.